Let's play Battlefield 3 im Livestream und wir sind ein vollgepacktes Squad. Das Ganze heißt Schlag die Redaktion, der ein oder andere hat es schon gehört. Und wir spielen hier die Karte Zyber Tower ist der Olo-Content Close Quarters. Und ich begrüße euch alle, auch die alle Zuschauer, äh Zuschauer und natürlich den guten Tobi. Hallöchen! Den guten Hiyuga. Hallo! Den Sascha. Hallo! Den Dustin. Hallo! Den Patrick. Hey! Und der andere Chris. Ein bisschen leise bist du. Ja, also es ist so, das Ganze heißt Schlag die Redaktion und ich muss nachladen. Verdammter Mist, ich hab's erwischt. Es ist so, wenn wir diesmal gewinnen, dann wandern die ganzen Preise, die ihr gewinnen könnt, von Rocket. Ja, könnt ihr auf unserer Seite playnation.de sehen. Äh, in den Pott und... Alter, Alter! Geht schon gut los. Und, ähm, dann gibt's nächstes Mal noch ein Headset dazu und so weiter und so fort. Und wenn wir verlieren, kriegt, äh, kriegt der beste Spieler, beziehungsweise, glaub ich, das ganze Team oder einer der besten Spieler, ich weiß es grad nicht so aus dem Kopf, äh, die tollen Preise und darf da schön ordentlich abladen. Also, wir müssen unser, unsere Ehre verteidigen hier. Ähm, ich bin gespannt. Was sagt ihr denn? Meint ihr, wir werden das packen? Hier, deine Kugeln, Mann! Also, ihr sagt einfach mal, äh, streicht das, wenn wir gewinnen, äh, wir verlieren sowieso. Ach, Quatsch, ihr, das rocken wir heut hier wie die Hölle rocken wir jetzt. Aber natürlich! Ihr gewinnt. Alter. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Teamplayer befreien, ja, wir sind am Anfang natürlich, erstmal müssen wir uns da reinfuchsen, ja? Oha! Alter, das schweig. Ja, eine hab ich erwischt, eine hab ich erwischt. Mein Freund ist auch wieder da hier in Spire, den kennen wir noch, ne? Oh ja, den kennen wir noch. In der Testrunde damals. So. Also, ich bin jetzt mal gespannt. Onkel Gunn ist tot, tut mir leid, mein Freund. Du hast hart gekämpft, aber es hat dich leider erwischt. Alter. Ja, die spielen im Team, siehst du, die laufen immer zu dritt rum, das müssen wir auch mal machen. Ja, wir müssen ein bisschen jetzt hier... Sporten mal alle bei mir, wenn ihr könnt. Und dann kämpfen wir uns mal hier durch. So. Wow, wow, scheiße. Tot. Autsch. Hey Tobi, du bist... Was ist das für ein Modus gerade? Oh. T-Wertratch. Ah, okay, ich dachte, es ist der Punkt oder so. Da ist nichts mit, äh, C4 hat er da gelegt, ne? Ja, ja. Alter. Ich muss meine Waffen nur anpassen, ich hab jetzt einfach mal hier schnell... Das zeigt jetzt wieder was für ein Pro-Gamer. Nein! Verdammt. Ich hasse es, wenn du wiederbelebt, wie du es so nahe haben musst, ganz ehrlich. Ach du, was ist? Wow. Dustin, funktioniert denn alles? Ja, noch. Noch. Wunderbar. Obwohl, ich bin jetzt schon dreimal gestorben. Nein! Gibt's noch nicht. Ja, ja, ja. Auf schönen Granatenwert, ne? Okay, haben wir denn viele Leute, die uns gerne über die Schulter gucken? Natürlich. Auf und hinten, pass auf. Wie viele sehen uns denn gerade zu? Ähm, ich lade die Seite gerade neu. Das geht hier auf jeden Fall schon richtig ab, möchte ich mal mal sagen. Also harte Gefechte hier im Team-Death-Match. Nein! Alter! Ja, die sind teamig gut drauf, die Jungs. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, die kannst du mir sagen, was du willst. Ich glaube, mancher hier, dieser Inspired, der ist mir schon wieder ver... Alter, der hatte gerade... Achso, der wurde wiederbelebt. Okay. Jetzt haben wir jetzt seine Kill. Okay, Leute, wir müssen jetzt im Team spielen. Ja. Wo ist mein Team? Wo ist es denn? Hier. Komm zu mir. Ja, super. Sagt hier und ist tot. Ach, hier gibt es ja keine... Ey, hier gibt es ja gar keine Punkte. Das ist ja gut, dass ich das hier... Ja, komm, hier. Danke. Ja, bitte. Komm, 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 komm. Komm mal, komm, 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 komm. Um der Ecke steht einer, der Inspired steht da wieder vor sich. Wir gehen mal den Chris abholen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir schauen uns über die Schulter. Allgut, 250. Seid ihr alle gegrüßt, Leute. Ich hoffe, ihr drückt uns alle die Daumen. Es sei denn, ihr seid... Ey. Dann drückt ihr uns einfach auch die Daumen. So einfach ist das hier. Genau, richtig. Okay, hinten, 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 hinten. Ach, Alter, ich krieg nur auf Fresse, ganz ehrlich. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich habe ja schon ein bisschen länger Battlefield nicht mehr gespielt. Alter. Ich laufe dem Yoga einfach mal hinterher. Der weiß schon, was hier zu tun ist. Ja, ja, ich bin hier so ein bisschen unterwegs und versuche mich hier so guerillamäßig durch zu fighten. Ey, wir sind überall bei C. Kannst du ganz... Also C gibt es ja hier gar nicht, aber bei dem Punkt hier, da kannst du ehrlich ganz... Muss man ganz kurz hier weiter einstellen. Aber auf der Karte glänzten wir ja schon mal, ne? Also es ist echt der Knaller. Ja, wir spielen eigentlich ins Team. Ich weiß nicht, wo ihr die ganze Zeit euch hier... Also ich laufe meinem Squad hinterher. Ich bin die ganze Zeit. Also grundsätzlich, wenn du mich suchst, ich liege auf den Boden. Yuka, du bist mein Squad. Ich laufe das machen. Du sollst nicht auf dem Squad liegen. Es sind immer... Es sind immer drei Leute unterwegs. Da hast du nie eine Chance gegen. Wir müssen schon immer... Wow, 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 wow. Jetzt fressen wir wieder auf. Jetzt hat er mich gemessert. Ich hab gar nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen warm spielen, dann läuft das gleich. Sascha, ich bin hinter dir. Ich glaube, ich dachte, das ist sie gegen mich. Renn doch mal. Mann. Vorsicht, 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 Vorsicht. Einer hab ich mit der Granate. Einer ist tot, einer ist tot. Ich bin tot. Verdammt, ich hab Hilfe bei Kriegkrieg. Ey, das steht ja da. Wieder belebe euch. Aufstehen. Ja, ist... Komm, hier rechts. Links. Ah, nee, da... Alter. Wir machen uns richtig kalt gerade. Na, schade. Da gerade sieht schon ein bisschen guter für uns aus. Ja, einen habe ich noch. Pass auf! Tobi, hinterher. Komm, hier, ein bisschen. Vorsicht, 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 da. Nein. Haltet einer mal hier den... Nein, das gibt's noch nicht. ...im Auge. Da, er wurde wieder belebt. Granate! Genau, geh rum, Christian. Ach. Hilfe! Ich hab dich gerecht. Der zwei hab ich erwischt. Leute, habt ihr das hier sicher? Ja, es kommen schon wieder welche. Äh, unten kommen welche, ja. Deine Leute kommen. Also sicher ist natürlich immer nur so eine Sache hier. Boah. Boah. Zwei Leute von oben, vier von hinten. Was? Wo, 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 wo? Was sind die denn? Wo sind die denn? Unten, unten. Unten bei, äh, beim Pool. Boah, ich hab jetzt zwei hat. Och, ich bin so stolz. Oh nein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Granate. Die Onkelkanone. Oh Gott, ich hätte jetzt einfach mal Mist. Ah, fuu. Alter, Schwede. Nein, wie ist es noch mitgenommen? Ja, aber die Runde haben wir jetzt ehrlich gesagt, ich habe schon ein paar Kids gemacht, aber es geht voran, Leute. Es geht voran, wir spielen uns ein. Ja, gerockt. Ja, gerockt. Die 86 zu 28. Ja, okay, am Anfang, am Anfang. Was zur Hölle hier? Was kommt gleich alles raus? Hallo, wir müssen ja noch aufnehmen nebenbei, ja. Ja, das ist natürlich für die Performance schlecht. Wo, 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 neben mir liegt einer. Wo seid ihr, wo seid ihr? Ja. Ein C hinten wieder. Ja, ich kann auch mal. Wo, 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 wo? Boah, ey, mein Aiming ist so schlecht, oder? Sag mal, block mich doch hier nicht. Mach's sicher, Alter. Du hast einen Schlag in den Nacken. Alter, Alter, das kann ich mal. Kommst du denn daher? Ja. Hast du einen Plan? Nein. Hast du einen? Nein, das gibt's doch nicht. Wir müssen zusammen als Team umlaufen, Leute. Jetzt haben wir keinen... Ja, ist halt auch so, weil man kann halt auch keinen, keinen Squatspaw machen, ne? Ja. Geht halt schlecht, dann. Weißt du, woher wusste der, dass ich da stehe? Ganz ehrlich. Ey, ich schäu' nur mit so viel wieder tot. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Dieser Inspired schon wieder. Ich frag ihn einfach nicht. Ach, Mann! Faschassin? Oder wer auch immer hinter mir stand da? Alter, ey. Vier Prozent. Nein, das gibt's doch nicht. Ach, mit dem Granatwerfer. Ich fress einen Besen. Das gibt's doch... Das gibt es doch nicht. Von hinten die Drecksrecke. Also, Leute, tut mir leid, aber ich muss jetzt die Spass rausholen. Das geht nicht einfach. Oh, oh, oh. Mit der Granate zwei erwischt, Alter. Mit der Granate habe ich zwei erwischt. Und ja, natürlich hat mich auch einer erwischt. Der Inspired hat mich gekillt. Ja, der kam direkt hinter dir. Aber ich hab dich gerecht. Danke, 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 danke. In der nächsten Runde müssen wir echt ein bisschen mehr aufs Teamplay setzen. Da müssen wir auch mal die Klassen anpassen. Das war jetzt alles hier. Oh, sorry, Sascha. Erstmal zum Warmwerden, ja? Ich schieße immer auf den Sascha. Ist das schlimm? Man muss ja auch mit dazu sagen, dass wir in der ersten Runde ja eigentlich Endgame spielen wollten. Aber aufgrund eines fehlenden DLCs beim Gegner sind wir dann doch hier auf Zybar-Power umgestiegen. Nein, jetzt kommt der von links hinter dir. Oben, 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 oben. Na, oben, oben. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hinten beim Pool kommen ganz viele. Hinten beim Pool, hinter euch. Beim Tobi, Tobi, komm, Chris, krieche, komm, 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 komm. Ich versuche zu flankieren. Alter. Na, man haben jetzt 41, 42 Punkte schon mal. Ja, wir können doch gewinnen. Ja, du bist ja euphorisch. Ja, nein, du messerst mich nicht, Alter. Vorsicht, 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 beim Pool. Ach, Sache, nein. Nein, nein. Och, Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hab mir eigentlich Zybar-Tower gewünscht, aber dass das so endet, hätte ich mir eigentlich nicht einmal. Einer nicht, den K-Trackers. Hallo, komm, ich glaube, der. Zybar-Tower ist natürlich immer so ein richtig, äh, richtiges Schlachtfeld. Ja, Mann. Lauf doch. Mensch. Wer renoviert das eigentlich hinterher? Nein, oh, jetzt waren wir wieder da rum. Ich glaube, der Sascha. Ach, komm, ey, das gibt's doch gar nicht. Vorsicht, Vorsicht beim Pool, beim Pool. Der ne Munizio... Nein. Ach, nein, von oben, von oben, von oben. Ja, der war schon wiederbeleben. Ah, verdammt, aber ich hatte einen guten Lauf jetzt, muss ich schon sagen. 2017, naja. Wenigstens einer. Na ja. Können wir das nächste Mal die Scribble-Nauts spielen? Hä? Können wir das nächste Mal die Scribble-Nauts spielen? Ja. Äh, ich muss mich natürlich dann nochmal bei EA bedanken für die nette Bereichstellung des Servers, das ist sehr nett, und für die ganze Aktion überhaupt. Ja. So. Wow. Ah, Mann. Aber ich hab zwei wieder gekillt. Hier, der tut da wiederbeleben. Äh, stirb. Das kennt der da, also ganz ehrlich, Freundin, so nicht. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Munition, Munition. Ja, wir müssen mal die Gänge im Auge behalten. Wir müssen die Gänge im Auge behalten. Gesundheit. Die Treppe. Vorsicht, Dennis, links. Links. Ja, ich geh hier rum, ich geh hier rum. Werden die Treppe? Dann bin ich mal die Treppe hoch. Wenn da keiner steht, dann stell ich da hin. Da kommen sie, die kommen alle... In Gang lang, die kommen alle in Gang lang. Richtung... Vorsicht, 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 die mal hier hinter der. Komm, Sascha, hol den wir. Braucht mal einer, Medic. Chris, behalt mal den... Ich bin tot. Ah, ich hab zwei erwischt. Ich hab zwei erwischt, noch guter kill. Ah, schade. Das war ein bisschen Camping jetzt, aber ich hab zwei erwischt. Immerhin, immerhin. Unten stehen alle. Da fuck ein. Ach, so, nach unten stehen alle. Ja, kommt da, eine hoch. Ah, der hat mich. Ah, hilf mir, ich bin mit der Granate. Boah, kann doch nicht sein. Dieser Inspired, ne? Der kommt doch immer, er kommt immer aus der richtigen Richtung. Oh, unten, unten, die Treppe, da sitzt einer. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh nein, ich stehe. Der hat mich da gerade versucht, wieder zu beleben, ganz ehrlich. Der sei, äh, ne? Ihr wisst schon. Na oben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind unten alle, wenn du die Treppe runtergehst. Nein. Ach, Mann, wir wollen sie machen mehr. Ich weiß ja nicht, ob hier im Stream ein paar Köln-Fans anwesend sind, aber Köln, das ist gerade das Ende, der hat 1-1 gespielt. Ach, scheiße. Und nicht nur mal so streiten wirken. Das, bei 1, also unentschieden ist bei Köln ja meistens immer gewonnen. Ich stehe da unten alle versammelt. Bei Punkt A, bei Punkt A am Gang, am Gang. Mit dem Sniper, weißt du, mit dem Sniper, Junge. Vorsicht, der ist da unten, da unten, da unten, da unten. Ah. Vorsicht, Vorsicht, Tobi, Vorsicht. Ich glaube, das mit dem Wiederbeleben ist hier echt nicht immer so eine gute Idee. Ach, nein. Nein, ich habe Punkte gekriegt, was willst du? Hauptsache, ihr levelt. Bei Shootern geht es nicht mehr um die KKD, das ist nicht mehr. War mal so. Alter. Oh, das gibt es doch nicht. Der ins Bayer ist natürlich wirklich ein Fuchs, ne? Die Granate hat einen Umfang von 10 Kilometer. Kinders, 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 es geht weiter. Wir haben hier gerade alle Waffen durch, aber irgendwie das gibt es doch nicht. Hallo? Mann, 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 Mann. Ich habe mich jetzt mal auf die UMP festgelegt. Der Grumble ist aber auch nicht schlecht, oder? Nee. Ich dachte, wir hatten ausgemacht, wir suchen uns oder du es. Ja, dachte ich auch, irgendwas läuft hier schief. Wer hat die denn ausgesucht, hm? Wir haben doch eigentlich gesagt, wir nehmen Leute, denen wir erst Battlefield kaufen. Ja, genau. Genau, die kriegen Battlefield von uns und wir spielen die. Weißt du, der hat mich nicht gesehen und schießt schon im Geh. Achtung. Ja, Sascha, danke, Sascha, schaffst du es, mich wieder zu beleben? Blebe. Ah, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Gebe schon wieder. Dennis, ich bin hinter dir. Schuss. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kommen wir gehen mal zu unserem Team. Ich habe immer... Nein. Ach. Ach, nein. Sehr schön. Ach, das gibt's. Die gibt's hier. Hinter dir. Ah, verdammt. Hab ihn. Hier bist du noch. Shit. Alter. Na, wenigstens. Wenigstens noch mitgenommen. Nein. Das gibt's doch nicht. Reanimiert sofort hier tot. Wollen aber auch immer da, wo mein Team mich ist. Warte, Tobi, ich bin gerade hinter dir. Warte. Bleib mal kurz. Warte kurz eine Sekunde. Bin da am Start. Bin da am Start. Bin da am Start. Komm, 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 komm. Geht's denn lang hier? Ach, da. Guck die andere Seite. Oh, ich bin runtergefallen. Komm, komm, komm zum Pool. Komm, komm zum Pool. Guck gerade aus. Ich gucke hier hinten. Da hinten. Spawn einer. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Nein. Hinter mir. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, Alter. Nice. Die Ankehrt. Oh, Granate. Granate, Vorsicht. Alter. Von oben, von oben, von oben. Ja, ja. Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Ach, Mist. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Sehr schön. Oh, unten. Echt? Das kann ich selber, wenn ich auf Waffe wechseln bin. Komm da. Nein, das gibt es doch gar nicht. Ja, ganz am anderen. Komm da, zwei. Ja, mit dem Taktiv. Vorsicht. Ach, klar. T90. Oh, shit. Oh. Ja, jetzt habe ich erst mal aufgeräumt. Hier, drei Stück. Oh. Alles geht. Wir haben zum Schluss wieder doch relativ gut nachgeholt. Aber. Ja, ich glaube, die müssen wir leider abheben. Ja, ich glaube auch. Sorry, wenn es mit dem Preis ein bisschen teurer wird. Ne, was hatten wir heute gesagt? Erster kriegt eine Tafel Schokolade, oder? Genau, ein Sneakers. Hände drücken. Damit es ein entspannter wird. Okay, Leute. Ne, jetzt. Ja, Sascha, genau. Und die anderen hier rum. So, das ist gut. Jetzt mal als Team umlaufen. Auch nach hinten abdecken. Nämlich jetzt mal als Team hier in die Ecke. Vorsicht, die rumste schon wieder. Ja, das war mal eine Granate. Ist das so ruhig? Ich habe Angst. Aufstehen, immer die Treppen im Auge behalten. Wenn einer tot ist, dann auch irgendwie genauso. Okay, sie kommt von hinten. Sie kommt von hinten. Ich merke es. Ich merke es. Hör auf, mich zu drängen hier. So, kommt, Leute. Nein. Von oben. Alter. Oh, die sind nah. Ich will ja nichts sagen, aber das ist echt ein Spielverderber. Ach, komm. 47 zu 12. Das ist doch nicht normal. Also, die Gewinne gehen übrigens dann raus, wenn ein Team mehr... Also, wenn wir zum Beispiel die ganze Runde gespielt haben. Und dann ist es so, dass das gegnerische Team zum Beispiel dreimal gewonnen hat. Eine Runde, dann gewinnt natürlich das gegnerische Team. Wenn wir dreimal gewonnen haben und das gegnerische Team nicht, dann haben wir gewonnen. Also, es wird am Schluss zusammengezählt. Das möchte man noch dazu sagen. Sonst, äh... Ja, da ist niemand. Doch, da läuft er doch. Chris, brauchst Munition. Paros, hinterher! Verdammt. Hinten, 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 hinten. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ach, schade. Kam der Grumbly schon an. Ach, scheiße, ich hing an der Mauer fest. So ein Dreck. Die kommen jetzt alle gerade die Treppe erhöht. Die kommen alle die Treppe hoch. Ist natürlich auch halt cool, dass wir den im Stream machen. Die Leute vielleicht dadurch sehen, wo wir gerade sind. Kannst du mal auf jeden Fall für die nächste Runde eine Verzögerung einstellen? So in zwei Minuten oder so? Ja. Das ist eine leichte Verzögerung, glaube ich, drin. Vor ein paar Sekunden. So eine halbe Stunde oder so. Ja. Pseudo-Live-Show. Oh, jetzt haben wir auch mal ein paar Kills hier gemacht. Jetzt brauchen wir mal Zeit jetzt. Ja, wir haben eine Differenz von fast 100 Punkten. Also, da müssen wir noch ein bisschen aufholen. Über 100 Punkten sogar, ja. Das ist jetzt vorbei. Ich höre schon die Musik hier. Komm. Bin ich der Letzte, ich bin nicht der Letzte. Ich habe einen noch erwischt. 34, 29, naja. Nein. Boah, Tag Light, Alter. Komm. Boah, unglaublich, ich habe einen. Ach, scheiße. Ah, ja, klar. Ja, klar. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Das war ja schon mal ein guter Einstieg. Wir waren Helden. Wir waren Helden. 1 zu 0 fürs gegnerische Team. Glückwunsch. 73 zu 15 hat der Grumble, meine Herren. Grumble, ich schuldigung. Also, wenn du fair spielst, dann hast du meinen Respekt. Wenn ich dann schmore in der Hölle. Der Hiyuga war mit Abstand der Schlechteste, diese Hunde. Ich weiß hinter mir. Nee, stimmt nicht. Stark evil, also ich werde das so geschossen sind. Ich muss auch sagen, ich habe keine große Erfahrung mit Battlefield. Ja. Ach komm. Bist du so ein COD-Noob oder was? Nein. Call of Duty. Daisy. Genau. Der 2. Platz war der gute Chris Grease, den wir auch immer liebevoll den Griechen nennen. Ich war auf dem 3. Platz und der Tobi auf dem 4. Platz und den Rest seht ihr ja. Ja, ein gegnerisches Team, der Inspired hat da reingehauen wie ein Beklopter. 55 zu 14, nicht schlecht, der Specht. Jetzt kommt die nächste Karte, ich bin mal gespannt. Die Runde ging 19 Minuten und eine Sekunde. So. Jetzt kommt die nächste Runde. Was erwarten wir uns? Ein schwarzer Bildschirm. Spannend. Oh. Oh. Oh, Eroberung. Wir spielen die ganze Zeit solche Maps. Wir werden natürlich auch Maps spielen, die ein wenig draußen an der frischen Luft sind. Die kommen auch noch, ja. Frische Luft, perfekt für den Gamer. So, der U-Einsatz. Am besten direkt reinhauen, Leute. Wir müssen direkt losziehen, ihr kennt das, ja. Und am besten hier jetzt als Team spielen und nicht jeder dann hier vorrennen. Und wir müssen auch die entsprechenden Klassen nehmen, wisst ihr ja alles, ne. Und los geht's, Leute. Komm, komm, komm. Direkt nach A. Bei A brauchen wir uns natürlich noch nicht aufteilen auf die Punkte, weil es dauert ja noch ein bisschen, bis wir anpflanzen. Habst du ja gerade schon jemanden schießen gehört? Ich hab nur ein Fenster kaputt geschossen, dass ich da durchschreiten kann. Wer wird das bezahlen? Ja, echt? Die Firma zahlt. Die A zahlt das, zahlt das alles. Ja, gut, dann ist gut. Der EA-Server, ne. Jetzt nach Punkt B. Oh, die nimmt aber C relativ spät ein, kann das sein? Ja. Vielleicht sind die müde geworden jetzt. Ey, vielleicht tanzen da schon wieder. Die Anstrengung. So, geht mal welche an den Seitengängen. So, wir dürfen B auf keinen Fall verlieren. Schön aufteilen. Hier, hier. Ich geh hier hin, wo ich damals auch saß. Trau mich nicht, mit dir zu gehen. Da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. An der Rolltreppe. Ich hab einen, ich hab einen. Die haben's schon. Zweiten hab ich auch, Zweiten hab ich auch. Nicht blocken, nicht blocken. Nein, das gibt... Ah, dieser Grumbly. Ah, ich hab zwei Stück, aber einer ist da noch. Auf jeden Fall. Die wiederbeleben sich. Oh, das sind alle, Alter. Wo hat die denn? Das war um bei mir. Urlaub. Bin ich ganz alleine? Hey. Mein Gott, wie viele Scharfschützer haben die denn. Ganz nah schwollen. Bitte? Au. Schon wieder Scharfschütze. Hey, Alter, das kann... Ich sag mal, inspired, ne? Also, mir kann keiner was erzählen. Ne. Ich bin ja niemanden beschuldigt, aber... Hier. Ne. Ne. Leute, wir müssen... Wir müssen aufräumen. Wir müssen jetzt da von den Gängen durch. Durch die Gänge. Links, rechts, der Tobi. Wir spawnen alle beim... Ne, spawnen alle bei A. Und dann gehen wir zusammen da durch. Jetzt kommt. A wird eingenommen. Linker Gang ist ein Typ. Da wird eingenommen. Oh, verdammt ey. Das ist ziemlich bitter. Ich geh mal... Check mal die Häuser ab. Den Häuser... Wir brauchen auf jeden Fall zwei Medics. Jetzt gleich mal. Ich hab zwei Stück. Ich hab zwei Stück. Hier oben im Haus. Im Haus sind die. Die campen da. Onkel Gunn sitzt da in der Ecke. Im Haus ganz rechts, wenn du vom Spawnpoint guckst. Tobi ist genau richtig. Tobi ist genau richtig. Pass auf, Tobi. Die sind da. Wann die bei mir ja? Ah, ich hab' den nicht. Kannst du mich wieder bedienen? Ja. Ich muss mal gleich die Klasse wechseln am besten. Da sind wir noch welche. Pass auf, pass auf. Da sind die gleich von hinten kommen, weil die sind nämlich weggerannt. Da sitzt A oben einer. Ich habe ihn. Nummer 1 habe ich. Nummer 2 ist. Komme, ich komme, ich komme. Nummer 2 ist auf Tour Nummer 2, auf Tour. Ja, sauber, 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 sauber. Nein. Hoor wenn alle weiter, alle weiter, alle weiter, alle weiter, den ist nächster Haus abchecken. Die betreiben sich hier wahrscheinlich... Haa! Alter! Du schreckt mich doch nicht so. Natürlich. Wer sonst? Ich hab' ihn, ich hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Aber den nehm' A ein, Leute. Könnt ihr mal bitte bei mir spawnen? Gegenüber im Haus? Ja, der hat mich natürlich mit einer... Nein, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich geh da jetzt rein. Nein, das gibt es doch nicht. Ich bin im anderen Haus jetzt drin. Ich bin hinter dir. Gemeistert. Ich hab's erwischt. Sehr gut. Mann! Das ist die Ne... Okay, ist tot. Ja, vielen Dank. Alter. Wir sollten vielleicht nicht mit dem Messer vorangehen. Blöde Idee. Das ist kein Counter-Strike. Nein. Ich? Vorsicht. Ja, komm auf die Idee den Spired einzuladen. Hatten wir nicht mehr Bewerber? Vorsicht, die kommen gleich. Da. Linke Seite. Das gibt's doch nicht. Ach, komm. Das kann nicht sein. Alter. Einer wischt. Ah. Lebe. Danke, danke, danke. Pass auf, pass auf. Wir hätten eigentlich auch alleine gegen den spielen können, oder? Dann brauchen wir die anderen nicht zu. Ne, ich glaube auch. Ja, eigentlich schon. Also, mir reicht der. Oh, ein Spired. Oh, ich hab einen. Ein Spired. So. Ah, nähm' die wieder ein. Sp- Au. Spired ist auf der rechten Seite ganz rechts rausgekommen. Gerad aus dem, äh, aus dem Metro. Ich nehme jetzt mal ganz schnell wieder mal A für uns ein, also ich versuch's mal zu mit. Scheiße. Ja, okay. Um dem Haus. Da. Ach sicher. Nein. Ich nehme jetzt grad wieder A. Ich erzähle was du willst. Also, mal ganz ehrlich. Ich dachte, sowas wird vorher überprüft. Ich muss mal hier ne Waffe anstellen. Dann passen. So. Sascha, wo bist du? Okay. So, jetzt komm. Wenn wir jetzt A verlieren, sieht's echt bitter. Wir haben A verloren. Okay, Leute. Wir müssen uns am besten irgendwas einlassen. Jetzt kommt natürlich Spawn Rape. Das ist natürlich nicht so im Sinne des Appellations. Der Spy hat jetzt ganz rechts auf der Seite sofort der Teal auf den Spawn. Ja. Alter, das... Ah, der ist oben im Haus drin. Im linken Haus. Spawn mal bitte bei mir, wenn er an der Tod ist. Komm mal, ja. Und dann komm mit, komm mit. Ja, die kämpft mit den Häusern. Boah, der stirbt ja nicht irgendwie, ne? Eins. Bin da. Komm, 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 komm. Was ist dein Plan? Wo willst du hin? Erzähl's mir. Red mit mir. Das kann doch nicht sein, dies... Komm mit, Tobi. Komm. Alter. Boah, was zur Hölle, ey. Tobi. Kaum bei uns haben wir im Russen Spawn los, schon, schon, schon tot. War super. Ja. Teilt euch auf, teilt euch auf. Tobi duckt dich am besten. Das machst du ja immer gerne. Ja, ich duckt mich nicht, sondern ich bück mich bitte. Ja, Entschuldigung. Und der nächste Punkt ist dann... Wisst ihr schon. Nicht... Komm ich... Ah, mich hat's erwischt, ein Sniper. Passt auf. Kann mich jemand wiederbeleben? Ich guck mal, ich versuch's mal nachzugehen. Ich guck mal, ich versuch's mal nachzugehen. Ich guck mal, ich versuch's mal nachzugehen. Die kommen jetzt von, äh, links. Von links. Pass auf, Tobi. Der müsste jetzt gleich direkt vor deinem Kopf stehen. Ach, nein. Das kann doch nicht wahr sein, alter! Direkt bei B-Spawn, direkt bei B-Spawn. Schieß' ihm in die... Oh, der stirbt einfach nicht. Der hätt'n echt Hardcore-Spiel müssen. B ist direkt wieder weg, was gibt's denn? Aber es fehlt auch ein Spieler bei der anderen Gruppe, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gut, für so Disconnects während dem Spiegel, da können wir nix für. Ey, das gibt's nicht. So schlecht sieht's ja für die nicht aus. Ging was. Danke. So, komm, nimm einen, nimm einen, wir sind genug jetzt hier. Aber auffassend. Ich glaube über die Lenkeseite. Ach, Mann. Inspired. Der ist gar nicht Legend, der ist T-Jabber. Der ist ja aber Legend. Spawn bei mir, spawn bei mir. Fahnen? Alter, dieser Drecksack dahinten, das gibt's echt, ey. Pass auf, die Treppe! 19,1, mal ganz ehrlich. 20,1, bitte. Ups. Oh, nicht gar nicht. Habt ihr die ganze Zeit? Bin spired. Ach, ne. Ja, und während sich alle mal mit euch beschäftigen, versuche ich nach C zu kommen. Ey, Leute, ganz ehrlich, Spawn-Rapen ist doch nicht, also das ist doch langweilig, bitte. Moment, ich mach mal eben, wie man das für, ob der man sowieso mal macht. Spawn, stein hier. Halte die Treppe hier im Auge, hinter dir kriegst' nen Gang, ne. Pass auf, wenn die da spawnen bei der in der Base, dann... Hi, Chris. Das, die Endworks, alles noch, wunderbar? Äh, läuft alles, ja. Okay. Wie ist denn so die Stimmung gerade im Chat? Ist, äh, gut. Party-Stimmung, La-Ola-Welle haben wir auch schon. Oh, ja, oh. Die sollen uns mal ein bisschen, bisschen anfeuern. So, auf, die kommen wieder, die kommen jetzt. Los. Gleich schreit hier der Community. Ja, ne, ist da grad wohl der Shitstorm am Laufen, ey. Oh, nein. Oh, ich weiß nicht, die scheiß Scheiben noch drin, jetzt gibt's doch nicht. Ihr wollt Profis sein, ey. Was wollt ihr denn? Wer ist da grade gefallen? Ich hol dich. Ebe? Ah, da, der Grumbly... Nein! Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Haben wir denn noch genug Zuschauer, die das hier verfolgen? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie viel, weil bei mir wird immer angezeigt, dass der Stream offline sei. C will ich eigentlich. Aber, ähm... Oder wir kämpfen uns nach A, was sagt ihr? Verteilig B, ich und Dasha gehen nach C. Nein, A. Ah, komm. Ich hol euch, ich hol euch, ich hol euch, ich hol euch, steht, steht, steht. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah, die sind immer sofort wieder da, das ist... Du kommst echt keine, keine zwei Meter vom Russen-Spawn weg, ohne dass du eine Kugel in den Kopf kriegst. Der 1 hat 23,2, wie kann das sein, bitte? Ganz ehrlich. Russen, komm. Ähm... Wo ist die Gegner ausgesucht, der nicht? Nee, ich nicht. Warte, böse Sascha. Danke Sascha. Kein Problem. Nein. Alter. Mann, wir müssen doch irgendwie A mal hinbekommen. Kann nicht sein, dass wir A nicht hinbekommen. Ah, das gibt's doch echt nicht. Boah, ey. Äh... Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt einen Punkt holen. Vielleicht macht der mal ein bisschen, irgendwie, dass er zu zweit oder zu dritt mal rumläuft. Äh, lauft. Machen wir ja schon. Erstmal müssen wir mal schauen, dass wir hier von diesem blöden Spawn wegkommen. Mhm. Also, dass er wirklich irgendwie mal nebeneinander läuft. So ein bisschen... Taktik. Los, 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 los. Chris, lauf. Okay, super. Rein da, rein da, rein da, rein da. Hinter uns, hinter uns. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Der steht da in dem Ding drinnen. Ich krieg zu viel, Alter. Ah, nee, 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 nee. Oh, boah. Ah, verdammt. Oh, scheiße, links. Was, scheiße? Ist links? Der steht... Ja, der ist grad... Ich hab nur noch zwei Schuss. Der ist hier grad vorbeigelaufen an der Plage. Ins zweite Haus. Ja, der war dann schon weg. Oh, der kommt da da rein. Tobi, halt durch! Tobi, halt durch! Tobi! Tobi! Okay, ich bin... Wir sind alle da. So, jetzt komm, wir nehmen A ein. Bleib alle hier stehen. Ich hab das Fenster im Auge, das Rechte. Ich schmeiß ne Granate raus. Komm, schmeiß aus allen Löchern die Granaten. Wie bei euch. Ist... Äh, sind zwei Leute. Ja, ja, die werden ja... Vorsicht, 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 Vorsicht. Deckung, 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 Deckung. Werden ausgeräuschert. Ja, der sieht mich doch gar nicht. Ist hier nur Licht? Natürlich, natürlich, natürlich. Danke. Oh, Inspired, ey. Inspired hat wieder abgeworfen. Boah! Alter! Los Leute! Wenn wir das nicht schaffen, können wir sterben! Wie kann das sein? Also, ich hab grad... Inspired darfst du mich auf jeden Fall schon mal erfreuen, dass sie mal EA-Mitarbeiter beobachten werden. Ja. Äh, es wird grade gesagt, dass ein Sieger eine KD von 4,05 hat. Oh! Inspired, oder was? 4,05? Ja. Was für... Wie viel Kills hat der bitte? Wie viel Spielstunden hat der bitte? Ähm... Ähm... Schau mal kurz, also... Ja... Ne... Level 100, ne? Spielstunden, wo sind meine Spielstunden? Komm Sascha, los, 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 los! Level 100? Na, da haben wir uns... uns ja gute Gegner aus... Sascha, Mann, ey! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Weiter, 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 weiter! Sascha, hast du ein Medipack? Hat jemand ein Medipack? Ach, das gibt's nicht! Okay, los! So, wir laufen zu dreht rum, dann versucht ihr auch zu dreht rum, äh, zu laufen. Okay, vorsichtig, sind alle schön da oben in den Häusern. Du bist so ein Weg, weg! Nehmen mal stark an, ey, hier, Vorsicht! Ja, genau, ey! Alter, das ist so stricklich, wenn du's so taktisch machst, du bist im Street! Das wollte ich grad sagen, ich würde hier keine Taktik, äh... Raussprechen! Wie gesagt, du kannst bei Open Broadcaster einstellen, dass, dass der Stream eine gewisse Grundverzögerung hat. Die würde ich auf zwei, auf drei Minuten stellen. Ja, das ist ja nur zum Spaß, jetzt hier, so. Ja, so. Ja, klar! Also, also, 770 Spielhunden hat der Inspired-Sieger. Wie viel? 770! Und insgesamt hat der eine Cardi-Ratio von 2,53. Ah, alle beim, alle, ja. Sehr gut, Sascha. Ich bin auf Spau gesporten. 100A ein. Gut, wir nehmen... Da greife ich den Chris mal eben schnell. Geh, das ist satt! Sehr schön! Ja! Oh! Wir müssen die Punkte aufhalten dann! Ach! Nein, ich bin tot! Juhu! Riech'n Mann! Spawn! Ach, du kannst gleich bei mir spawnen, ne? Scheiße! Ach, Alter, ich stand im Feuer, ich glaub's nicht! Ey, ich fresste ein Kotelett, ganz ehrlich! Darf ich kurz die Häuser einleißen? Ja! Haha, ich stehe grad noch nur Raketenfliege! Ey, hier ist die Munition! Ja, mach mal die, äh, Fassaden bitte Platz! Ja, mach ich gleich! Oh, warum decke ich mich denn nicht weg, ey? Bisschen Munition bräuchte ich gleich! Juhu! Ah! 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 Jawoll! Ah, erobert! Ja, pfff, keine Ahnung! Bisschen Spy hat mich entdeckt! Lass mal los, komm! Komm, Chris! Leck hier! Nimm, 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 nimm! Vorsicht, Vorsicht! Jaaa! Super! Läuft! Oh Mann, ist das schlecht! Wow! Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut! Ah, komm! Komm! Ey, das gibt's doch echt nicht! Pass euch, da sitzt einer am Hausflur, da sitzt einer am Hausflur! Tobi, pass auf, da sitzt irgendwo einer! Danke, danke, danke! Irgendwo hier! Aua, aua, aua! Von hinten, von hinten! Von hinten, von hinten! Wo ist Stück? Zwei Leute! Welcher Hausflur hier hinten? Habt ihr ihn, habt ihr? Habt ihr, habt ihr? Habt ihr, habt ihr? Kennst ihr, kennst ihr? Welcher Hausflur? Nein, ich bin tot! Da kommt einer von hinten, Sascha, pass auf! Wir verlieren ab! Kommen sogar zwei von den Schlechten! Das ist schlecht! Oh Mann, das ist schlecht! Die Gegner machen auch sehr, auch sehr, sehr seltsame Sachen, so wie im Haus rumstehen und sich irgendwie 10 Sekunden lang gar nicht bewegen! Ah nein! Taktisches Warten! Vermutlich kommt da gar kein Gegner, dass der Borte gar nicht anspringt! Wahrscheinlich, ey! Weil ich bin jetzt gerade mal einfach so gerillamäßig in so ein Haus reingerannt und der Typ stand hinter mir und hat erstmal echt so 10 Sekunden lang gar nichts gemacht! Ich mach mal die Taktik von vorhin! 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 Nein! Auf die Kanone, ey! Oh Gott, die kriegen wir ein bisschen fressen! Ich hab zwei gekillt, ich hab zwei gekillt, ich hab zwei gekillt! Wir hätten A schon wieder erobert! Hallo? Das war voll mühsam! Nein! Ah! Schön, Tobi! Wir müssen die einfach nur rückdrehen! Aber wie? Ja, wir sind doch auf der falschen Seite stehen! Es ist einfacher, wenn wir bei C joinen! Drei halten, einfach den Zweihand fest! Der andere Kitzel! So! Der andere Kitzel! So! So! Jetzt haltet mal jede... Chris, passt du auf den Ausgang auf? Ach, sind wir nur zu zweit hier! Ne, Tobi, passt du? Passt du auf den? Ja! Ich hab hier hinten den Sporn in die Ecke! Okay, okay, sehr gut! Ich hab hier hinten den Sporn in die Ecke! Okay, okay, sehr gut! Wir verlieren B ein, oder verlieren wir B? Wir verlieren B, ne? Wir verlieren B! Ja, ja, natürlich! Hallo! Wir nehmen es ein, wir hatten es doch nicht mal! Wir verlieren immer! So, und jetzt kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit! Laden? Sonst auch das Feuer, Dennis! Praktische Ruhe hier! Rechts sind welche? Ich weiß, ich weiß! Ja, Alter! Das kannst du vergessen! Pass auf ins Bayer! Der spukt wieder! Okay, anderen Weg! Anderen Weg, ne? Was zur Hölle war das? Ja, natürlich! Kann doch nicht sein! Er lässt uns ruhig für eine Killcam geben! Ja! Ja! 39 zu 6, ich bitte dich! EC, komm! Komm, komm! C wird eingenommen! Scheiße! Wir haben einfach keine Chance dagegen, weil... Ganz ehrlich! Wenn hier nicht klar gespielt wird, dann... Kannst du mir erzählen, dass das können! Das ist ganz ehrlich! Nee, ich kann sich mir eigentlich auch nicht vorstellen! Ey, schon wieder die Seinsfreiheit! Der kommt von hinten! Alter! Alter, ich flame eigentlich nicht gern gegen Leute, aber... ...gegen ihn, äh... ...flame ich irgendwie doch gerne! Macht Spaß! Aha! Ach, Mann! Sascha versucht zu überleben! Gibt's wieder beim Spire! Steckt sich irgendwo! Ja! Hast du das gesehen? Sascha, streng dich doch mal an! Ach, ja! Weißt du, den Spire! Da hab ich den Spire endlich mal und dann tötet er mich aber auch noch! Nein! Nein! Liebe! Ich bin tot! Da vorne fällt ein Baum um! Oh Gott! Punkt B! Ja, ich dachte, das ist wieder eingenommen! Oh, Mann! Ja, irgendwo ist ein Scharfschütze! Am Spawn links! Ich kann mich mal um ihn! Danke, Gus! So, wir gehen mal hier... Wer ist... Ist irgendjemand? Genau, komm mit! Hab ihn! Ah, da sind noch zwei! Ja! Vorsicht, geradeaus! Vorsicht, geradeaus! Wir haben einen feindlichen Sniper gesichtet! Over! Geradeaus, ein Sniper! Der holt mich jetzt wahrscheinlich scheiß! Ich kann nur da auch hoffen, dass sie nicht so gut mit Fahrzeug umgehen können! Ah! Immerhin! Ich kann dich ja nicht wiederbeleben! Das war ja Sniper dich aus dem Panzer aus, Alter! Wie sieht's denn... Wie sieht's denn gerade im Chat aus, Dustin? Was sagen die Leute? Nein! Was erzählen sie? Nein! Das ist, äh, Stimmung! Sind alle für Play Nation! Ja, ich glaube auch! Ja, ich glaube auch! Alle, alle... Ich bin so da, oder habe ich noch zwei Zuschauer? Alle, alle für die Verlierer! Ne, die ganzen... Eine leicht resignierte Stimmung stellt sich hier so ein, aber... Check die Eingänge und Ausgänge! Äh... Aber wir sind auf jeden Fall die Gewinner der Herzen, oder? Ja! Immer! Ja, also... Das reicht mir doch! Mann! Schreck mich nicht auf! Äh... Der Yuga, ähm... Aua, 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 aua... Ja, genau! IAC übernimmt gerade den Twitch-Chat. Weil die waren nämlich alle noch... Noch... Noch im IAC drin. Uh! Werd mich mal wiederbeleben! Vielen Dank! Wow, wow, wow! Rennen! Daumen hoch! An... An meine lieben Zuschauer! Wow! Wie snippert denn da? Ach... So... Und was macht ihr gerade so? Na, sterb! Versuche zu über... Überleben! Okay! Oh! Gleichzeitig! Er kommt leider! Ich bin tot! Nein! Danke, danke! Nein! Nein! Aus welchem Hause dich zuerst angreifen werden! Juhu! Sollten wir öfter machen! Lass den, lass den! Komm mit, ich komm mit! Ich hab keine Lust alleine hier rumzulaufen! Ja, lauf! Hast du'n Plan? Hast du'n Plan? Nö! Gute Idee, Sascha! Gute Idee! Chris, hast du'n Plan? Auf, lauf, 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 lauf! Irgendeiner muss noch'n Plan da haben! Ich hätt'ne Idee! Hm, ja, natürlich! Alter! Natürlich! Never! Warte, warte! Never! Ever! Ich hatte'n Vorschlag! Chris! Also, Griechen-Griff, den, wo du gerade angeknallt hast, ne? Den hatt' ich auch stark geschossen gehabt! Jo! Sehr, sehr gut! Also, hinter dir, hinter dir! Er hat aber volles Leben! Geil, ne? Ja! Gefeuert Rolltreppe, oder? Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen! Komm, wir rollen den Tobi die Treppe runter! Komm, Anna! Zweitig vorschlagen! Sniper! Oh, nein! Dass ihr euch nicht mit den Leuten beschäftigt und ihr einnimmt, weil das ist ja eh das Ziel hier! Ja, das würd' ich ja gern machen, wenn wir nicht da immer abgeknallt werden würden! Die brechen über die Rolltreppe durch! Mann, Mann, Mann! Okay, A sieht grad' gut aus! Unterdrücken und umgehen! Überhaupt nicht! Mann! Wer verglastet die Fenster dabei? Genau, wir sehen halt aus wie alle Amtenplätze! Oh, nein! Oh, oh! Warum? Der Profi, Alter! Ich hol dich, Wardo! Warte, ich hol dich, Chris! Ja, danke! Oh! Pass auf, links, links, einer! Alter, die kommen schon wieder! Wie diese Zombies zum Walking Dead, Alter! Mann, 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 ey! Mann, ey! Mann, Dennis, Dennis, Dennis! Nein, wie das denn? Ja, hat's gelohnt! Oh, vier nacheinander! Bord bei mir, ist Bord bei mir! Ach, so, ja dann! Bord bei mir, ist Bord bei mir! Ach, der Inspired! Aber der Inspired wurde grad überholt! Vom Grumly! Kann das sein! Langsam, langsam, langsam! Warte, 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 warte! Die gehen gleich zu dritt hoch, die sind alle oben! Machen die denn da oben? Machen die denn da oben? Gar nicht wissen, was die da oben machen! Willhafte Dinge! Sascha! Boah! Vorsicht, 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 um der Ecke, um der Ecke! Lebe ich mal wieder! Boah, das... Machst echt zwei Schritte und du bist Mumses! Der Oberhammer! Nein! Ah, mich hat's erwischt! Der Inspired! Vorsicht, der ist im Haus! Ja! Welchem? Im Linken! Also wenn die vom Sporn kommen! Haben, haben! Die kommen jetzt alle ins linke Haus! Jaaa! Mein linkes Ei, Alter! Ich geb denen jetzt erstmal ne Granate! Ah, das gibt's noch nicht! Kriegen jetzt einfach ne Granate da! Fuck! Der Feind kontrolliert jetzt alle Stellung in Over! Nein! Wer schießt denn da schon? Hallo? Alter, was? Wo war der? Wo ist der? Okay, Onkel Gunn, der spielt ja wenigstens noch, glaub ich fair mit... Naja, mit seinen Stats, das ist... Naja, das kann man ja nicht an den Stats sehen! Doch, bei... Nein! Nein! Nein, schon! Oh, du, du rote Wissle! Ist gut hier noch... Äh, äh... Base Rating macht... Ah! Das ist traurig! Ich reiß einfach mal alles ein! Ja, gute Idee! Das mach ich jetzt! Genau! Mach jetzt auch, ey, kein Bock hier! Ach, der ist da oben am rechten Haus, ne? Was? Alter! Alter! Na, das gibt's doch gar nicht! Weißt du, wir haben jetzt gerade drei Stück oder so gekillt! Ja! Und die nächsten drei kamen schon um die Ecke! Als wenn sie alle in einem, äh... Ähm... Es wird übrigens gerade die ganze Zeit gesagt, dass, äh, man ja mal die Team Boni irgendwie ändern soll! Inwiefern? Nicht jeder Sprinten hat! Hier steht immer nur, ähm, wechseln oder einen anderen machen! Spawn aber im... Ja, super! Ich weiß auch überhaupt gar nicht, was Team Boni ist! Ähm... So was gibt! E oder? Zum Beispiel Hub, Squat, Sprint! Aua! Ach, nein! Lauf, 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 lauf! Ach, Mist! Ach, was willst du mir erzählen? Ganz ehrlich! Tobi! Ich hab Sprengen! Was soll ich denn nehmen? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben? Was soll ich denn nehmen? Könnt ihr mal gerne schreiben? Und das dann, sag mal! Welche, äh... Ähm... Da-da-da! Muni! Es wird gesagt, Muni, Sprengschutz, Muni! Ja, aber, aber die meisten sagen, äh, Muni, Munition! Vielen Dank, Leute! Ach, jetzt Bayard kommt wieder zu C! Cool! Cool! Ähm... Ein, ein Vorschlag noch! Einer Munition, einer Sprint und einer Niederschlag! Ich hab Sprint! Okay, dann... Tobi, was nimmst du? Nein! Mach das, was am Ende übrig bleibt! Ich hab gerade euch nicht zugehört! Dann nochmal, Munition, Sprint, was? Einer Munition, einer Sprint und... Moment, Moment, Moment! Und einer Niederschlag! Verdammter Mist! Ist keine Munition mehr in der Waffe drin gehabt! Ich hätte Messern sollen! Ich hätte Messern sollen! So, ich mach... Ich mach mal bei uns Munition! Mhm! Okay! Dann nehm ich, äh... Äh... Ich nehm, ähm... Spreng? Oder Schutz? Sprint! 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 Ich hab Sprint, ja! Sprint! Ich nehm Schutz! Ah! Das war ja... 67,8! Ach, das kann doch nicht sein! 7 zu 0, ey! Wir haben 700... Wir haben... So verloren jetzt... Das ist... Ach, wir haben verloren! Ach so! Ach so! Ich... Heute ist hier verkehrte Welt! Und es wird auch gesagt, ähm... Dass man ja vielleicht sich mal an Granaten irgendwie versuchen soll! Mach ich meine Granate immer weg! Ja, natürlich! Dann würdest du das nächste Mal wenigstens vorher den Zünder ziehen! Ach so! Mhm! Das ist auch ne Extratast! Dann ist denn das so! Dann musst du so... Wie bei den ganzen Simulator-Spielen erstmal so ne Handbewegung machen! Das ist ein Surgeon Simulator, ne? Ja! Surgeon Simulator! Vorsicht! 3 zu 15 hab ich mit dem Team gelegt! Da kommt jetzt einer! Pass auf! Mann! Du fährst! Du fährst! Du fährst! Du fährst! Du fährst! Aber wir kämpfen hier bis zum bitteren Ende durch, liebe Zuschauer! Ja! Und dann kam er wieder! Ja! Das ist... Ich schmeiße mit Medi-Kids! Verdammt! Verdammt! Nein! Boah! Dieser Scharfschützen! Ich weiß, wo er sitzt! Ich weiß, wo er sitzt! Ich weiß, wo er sitzt! Freundchen! Nein! Nein! Nicht gemässer! Ich brauche Munition! Vom Onkel! Vom Onkel! Wer läuft ganz gut! Wir schmeißen 30 Granaten! Um 12 Uhr! Wir haben sie nicht geschossen! Ja! Klar! Mit dem Raketen wer von den Kopf geschossen erlebt noch! Tobi! Wie oft sollen wir den Typen eigentlich noch treffen? Ja! Ganz links! Da ist die! Ganz links! Auf der linken! Ja! Hab ich! Diesen Grumny treffe ich die ganze Zeit! Ja! Ich hab ihn auch schon mal getroffen! Wow! Yes! Tot! Das kann doch nicht sein! Ey! Er stirbt nicht! Komm schnell! Alle Team wechseln! Ich hab ihn! Boah! Was eine tolle Runde! Gott! 2 zu 0 für Gegner! Glückwunsch! Wie viele Runden haben wir nochmal? Machen wir Best of 3 oder was? Haben wir eigentlich schon verloren! Das Event geht bis 17 Uhr! Achso! Ah! Chris! Spiel ich das Spiel öfter! Ey! Positive Stats! Wenn man's umdreht! Ja! Dann haben wir alle positive Stats! Ja! Süße! Wir sind aber das Team der Herzen! Ja! Wollte ich grad sagen! Wir sind einfach sympathisch! Ja! Irgendwas müssen wir da sagen! Hey! Keine miese Laune hier! Ja! Sauber gemeint! Ach schade! Muss ich schon sagen! So! Jetzt kommt die nächste Map in 13 Sekunden! Ich hoffe diesmal sieht's schon ein bisschen besser aus! Glaubst aber selbst nicht! Doch! Jetzt mal hier ein bisschen mehr Motivation bitte! Motivatione! 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 Mann Mann! Was sagen die Leute im Chat? Break Island? Die haben wahrscheinlich die Hände vor die Augen! Schon gar nicht mehr zu! Joa! Ich geh bei dem schönen Wetter doch mal raus! Joa! Das sollte die jemand niemand sagen! So ich bin im Heli! Steig mal ein Leute! Ja ich komm mit! Ich bin auch! So! Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt was reißen können! Ich hoffe, dass... Wo bin ich denn jetzt? Oh ne! Warte Fahrzeug! Ich komm mal rein! Wie ändert man nochmal die Sicht in einem Fahrzeug? Ich hol mir jetzt hier so einen kleinen Strandflitzer! Warte! 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 Hier fahr du mal! Ja steig doch mal einen jetzt hier! Warte! Achso! Ja super! Will ich wirklich mit dir fahren? Ja! Willst du! Den zweiten! Denn der beste Fahrer überhaupt! Also schießen kann ich nicht, aber fahren! So komm! Überfahren wir jetzt hier! Ach verdammte! Schieß doch mal! So jetzt nochmal hier! Super! Ich bin grad tot aus dem Auto rausgefallen! Wow! Einmal mit Profis hier! Vielleicht hätten wir einfach schießen sollen anstatt drüber fahren! Tipp! Du sollst ja auch schießen! Alter! Was machst du denn auf meiner Karte? Du warst zu 300 auf die losgefallen! Natürlich! Nisch! Kommt nisch! So komm! Alter! Ich bin jetzt quasi an dir dran! Ja! Guck mal nicht zu nah ran! Ja! Ihr könnt hier mit dem Schiff mitkommen! Ja! Also! Da vorne ist das Ziel! Und du gehst da jetzt hin! Und ich guck dir von hinten zu! So machen wir das! Alles klar! Machen wir das auch so! Äh! Ich glaub ich geh mal links dran vorbei! Ich schieß von dem Boot! Los! Du solltest natürlich schauen, dass du nicht genau auf der Straße läufst! Weil dann bist du irgendwie mit so einer Zierscheibe auf dem Kopf! Ja! Das hab ich grad geändert! Ich geh da mal zu A ne? Ich komm dann so circa hinter dir! Nein! Du gehst natürlich nicht zu A! Das hört doch dein Gegner, dass du zu A gehst! Du musst sagen, du gehst zu B! Und das ist unser geheimer Code! Was? Äh! 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 Ich geh zu B! Gut! Jetzt müssen wir aber verkehrte Welt machen! Du gehst jetzt wirklich zu B! Super! Ich seh dich da mit deinem blöden Techlight Junge! Onkel Gun! Boah! Wer zieht? Komm hier! Nein! Oh nein! Auf geht's Grieche! Los Sascha! Los! Wir kommen nicht wirklich weiter! Ja! Onkel Gun hockt da in seinem Auto drin! Ich glaub nicht! Ich schieße einfach! Was ist hier eigentlich für ne schöne Karte? Ich schieße auf die Tunguska! Nicht auf die Leute! Oh oh! So! Ich bin jetzt in deinem Panzer drin! Und ich sch précis' jetzt einfach mal da vorne hin! Ja! Da hinten ist auch n' Panzer übrigens rechts! Da sollst du ja auch drauf schi's gia! Mach's die kaputt! Komm der ist kaputt! Komm er Vaultiva und komm! Du schieß doch ich fahr doch! Nein! Du kannst aber deine, deine Primärwaffe bedienen! Weg 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 weg! Ich habe ne Primärwaffe? Guck mal hier links! Normal変' normal schon! Guck mal da hier! Da! Well super! Ja! Aber jetzt steig' ich aus! Oh..! Nein! Weil der kommt da gerade aus'em, aus'm, triggered ausm Wasser raus! das kann der halt auch der ist ja schlecht inspired alter das ist so ein spielverderber ehrlich nee der ist dritter ja der ist total schlecht ja aber er hat die bombe entschärft und hat zwei stücke schon wieder gibt es nicht also im one on one verliere ich hier nicht nur im one on one wo bist du denn überhaupt ich bin jetzt am einsatz und ich hole mir wieder so einen schönen kleinen kleinen flitzer mache einen auf rasender reporter finde wenn wir schon verlieren dann können wir es doch wenigstens lustig machen dann schießt er da hinten auf mich drauf oder was soll ich irgendwo hinfahren denn ich habe einen bekommen ja super noch einer der key trackers ich würde vorschlagen wir uns haben wir nicht in den nahkampf zu gehen ja ja komm 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 nein ich bin tot ja c4 aber ich habe das fahrzeug nicht kaputt das war recht sind klein immerhin 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 hier links woher 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 jetzt geht es los hier kommt auch noch haben wir die im key trackers nicht gerade getötet der hat immer noch 11 0 ach so jetzt hat er 11 1 der onkel gunn kam von ihm sollte mehr auf die minimap achten ich plötze mal die bombe was hältst du von der taktik einfach hier umzuschleichen ey werden die bombe gelegt cool oh scheiße hab ich doch gesagt boah das gibt's doch nicht alter schwede die sind inspired ne das kannst du mir nicht erzählen das kannst du mir nicht erzählen guck dir mal den key trackers an der ist nicht besser im moment boah da haben wir geschafft hier reißt das jetzt noch ich bin dafür wir schleichen jetzt hier so in einer reihe ich finde es gut dass ihr hier schön alle erklärt wie wir jetzt vorgehen keine taktik sascha fahr 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 nix fahren fahr nicht sind ich am fahren ok ganz vergessen alter ja ich bin ja eine sekunde im auto ne auto oh gott der panzer in den ich einsteigen wollte der war schon ziemlich kaputt ey juhu onkel gunn getötet ja oh ich hab entspired das ist jetzt ne urkunde packt euch b packt euch b kommt jo alle nach b drauf geschissen jetzt wer fällt denn da grad und gemeinsam nicht gemeinsam aktion wir sollten auch mal mehr markieren hinter dir hinter dir dennis bist du das ja super ich bin runtergerutsch bin ein stück scheiße was hast du gesagt sascha markieren ja tu bitte dort werde ich mal machen ach mann alter inspired oh nein ich werfe dem gleichen stein an den kopf das ist echt peinlich alle zum riechen he he du könntest noch das stößchen warten dann von der linken Seite aus bankieren dann bist du spawns nur welche links und welche rechts oder rechts nicht alleine links interessant los 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 mann 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 ach jetzt krieg mir doch keinen vom pferd alter warst du das der ganz links ich hab's erwischt den inspired hat mich wieder gekillt na fuck sorry ach komm ist ist okay ist gut um rechts um rechts super keytrackers wiper wer kann damit fliegen ich ich so und jetzt bisschen sparsam damit umgehen ich geh nochmal in so komischen panzer rein der ist ja immer noch total kaputt hör auf geht's ah ich hab meinen flitzer wieder los geht's kann mich jemand reparieren hast du mal nen schlitzel für mich oh ich werd hier von hinten beschossen haus 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 nein komm in zwei sekunden zu dir in diesen buggy rein aber nur wenn du ordentlich wärst ey und lass mir die möglichkeit meine waffe auszuprobieren nein du steigst jetzt erst mal aus ich hab den mal hier taktisch klug geparkt super er sieht jetzt immerhin bei unseren kumpels und hier am panzer ach ich bin ja auf oh god ich bin ja medi alter mann 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 mir fällt nichts mehr ein ich wollte pioneer sein aber dann hab ich einen pfeil ins knie bekommen die sind übrigens alle links falls das einen interessiert wie hab ich das denn jetzt gemacht ich treffen drei scharfschützen mich wunderschön wunderschönen 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 oh juhu Onkel Gun vom griechischen 2 10 Von griechischen 2 10 von griechischen 2 10 von griechischen 2 Onkel Guns Hütte wir werden uns wohl diesen scheiß B-Bug noch gerotst kriegen ey das tust du nicht kriegen wir gar nichts hin hab ich das Gefühl doch Aspen Quatsch hier will mal einer mit mir fahren nein nee aber du hast gar keinen Führerschein doch für ein Fahrrad oder was ja E-Bike für mein ähm rosa Fahrrad du jetzt schnapp ich mir erstmal unseren Panzer der hier schon seit geschlagenen 10 Minuten vor sich hin piept und mach den erstmal wieder ganz Lass uns aber nicht direkt übers Kriegsgebiet fliegen Dennis ein bisschen außen rum ähm ich komm ich versuch nochmal bei dir reinzukommen aber ich hab irgendwie keine ja kein Gleitbild dabei ach so keine Chance was oh mein Gott Schieß hier Jube hier hast du doch bestimmt Schieß raus jetzt hier die Karre piept doch schon nein der geht's noch gut ich bin ausgestiegen und gestorben ja man hat so einen Mügel reingerammt da wird seine Oma noch was spüren hehehe ha ha bau malte komm schon Chris leg das Ding jetzt nicht vorsicht naaa wo wo raus 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 und B ist gelegt jawoll jawoll wieso denn Selbstmord ich bin einen Meter in den Boden reingefallen boah ich mein mein Soldat ist so ne Pussy Garnate na leider ist man an der Scheiße verteidigt B schnell lass mich spawnen ja schieß doch drauf ich glaub wenn man draufschießt bringt das auch was ne ja ich wollt ja ich wollt holen wir doch nicht so rum warte mal wir parken jetzt hier erstmal ja super ja vielen dank was spielt was spielt spielt ihr Second Life oder was kannst du spielen hehehe hehehe erstmal parken ich versuch hier gerade mein Traumhaus zu bauen hehehe ihr macht das hier ständig alles kaputt das gibt's doch vielleicht sollten wir erst in City spielen kann man hier auch kraften nein hehehe ich hab meine Schaufel dabei und ich hab Kohle hehehe ich hab schon die Hoffnung aufgeben dass wir überhaupt eine Runde gewinnen das ist unmöglich na wir sind auch immer im Platz ja aber es ihr macht das liegt aber auch echt an den Gegner muss ich sagen also NEIN ich wechsle das Team einfach deswegen lasst uns doch das WC Team noch ein bisschen lustig über die Bühne bringen haha ich bin gestoppen dann hat das ganze noch einen Unterhaltungswert das ist doch immer lustig natürlich wenn der Yuga mal wieder Kugeln in sich kriegt aber na lacht die Welt oh der Tobi ist erster ey ach Panzer raus ach nee ach fuu ja nein das ist krass den Einzelnen den ich krieg das ist der Onkel Jan sonst gar kein natürlich er messert mich mitten im Kampfgebiet alter wer von euch hat genügend Punkte bei der Weifer ja boah ich hab echt manchmal so mann kennt ihr das Video ich hab ja nur ausziehen wollt und wollt schreien durch die Straßen lauf ja Juga die Tungus ja das ist ein Land wo das erlaubt ist China also ja bitte mach dich bereit zum Abspringen jo komm ich leg immer RUAB jetzt hier ja ich das ist auch nur gut gemeint eigentlich gesprungen super hey keytrackers du hast dich selbst eliminiert nein alter Sascha direkt auf die Granate gelegt ach nee der wollte mal was spülen aber das nennt man auch Ehrenmord also selbst Maus und Atemmord komm nimm ich mit dir boah da kommt er doch runter knall ihn ab kriegt er nicht wenn du so fährst das hab ich eben auch gesagt das glaubt er mir nicht und dann packt er noch irgendwo im Wasser auf einmal natürlich das ist hier in Need for Speedwake Island bin tot hey juhu ich erbrenne in meinem eigenen Auto ja also besser so wahrscheinlich und du bist stolz drauf ja feindliche Soldats feindliche Soldats also hiermit möchte ich das Event Ende Mai dann auch absagen bitte da überlegen wir uns was ich möchte hier ein Schützchen ja ich bin drin verkleide dich einfach schieß auf dich zum Bus Tobi renn mal komm ich kann uns fast gar nichts also schieß drauf aufgelegt ja ich bin dabei schieß du musst erstmal nachladen hier vorsicht T4 raus ah shit T4 nein ich bin tot der Leta entschärft einer Dennis du gibst deine Fahrzeuge fielst du einfach auf was entschärfen die unsere Bomben gibst die Fahrzeuge fielst du einfach auf lass die Kronuska brennen ja auch glaub der Dennis hat einen neuen Freund ja ja ich glaube auch WIPER was ist eigentlich wenn ich mit der WIPER auf den Punkt schieß nein nein wie sieht es eigentlich aus im Chat was sagen die Leute äh die Leute sagen äh Worte ich werde dir noch zocken so bis 17 Uhr ne genau bis jeder einmal den ähm inspired getötet hat keine Ahnung keine Ahnung die Leute freuen sich übrigens wenn das noch öfters gemacht wird also auch wenn es spontan kommt und so und ich will battle genau die würden sich das nochmal antun natürlich immer mit battlefield hallo wir werden hier von EA gesponsert natürlich spielen wir immer battlefield immer battlefield was ist denn dieses Call of Duty also ich wäre ja mal für fifa ja fifa ja fifa ja fifa ja fifa ich werde mir nochmal lustig ja kommt Dennis lass mich nochmal raus da ok wir müssen erst sauber machen dürfen wir eigentlich auch campen nein nur wenn du deinen mobilen Grill dabei hast ich wollte gerade mein Zelt und mein Grill ja aufschlagen was hier ist ja ich bin unterwegs wir haben ja den ganzen Spawn erstmal aufgeräumt ich bin hier gerade nicht am Strand lang um zu B zu kommen ach du ach so dann bist du das nicht vor mir ne genau halt jetzt waren wir bei Hofe bin ich bei dir leider Tobi lass dich da raus komm Tobi Tobi ja ich steig bitte erst aus wenn ich's dir sage ok ach so hier komm mal hier zack ich hab's erwischt oh da hier links da links kommt Jolt hoch mit der Bombe hoch mit der Bombe hoch mit der Bombe der kommt Panzer vorsicht oh oh wie sieht's aus wie sieht's aus verteidigen wir lenken den Panzer ab wir könnt legen links kommen die alle komm jaget hoch jaget hoch komm los komm wir haben es jawoll yes hey oh ok ja da geh ich nicht rein nein da geh ich nicht rein darf ich darf ich mal sagen dass ich mit mit meiner mit meiner Strandaktion da schön durchkämpfen kämpfen konnte unsere Heli Aktion hat der alles freigemacht Junge das war Teamwork das Geist ist hier er lässt den Panzer stehen das stimmt wir sollten mal am besten mitnehmen ey super weiter 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 nicht so viel Zeit verschwenden hier hier liegt noch ach der Sascha ist das Sascha nicht hinlegen komm ach aber ich will jetzt nicht nein du gehst jetzt mit Panzer dahinter ey ich will auch ein komm wir denn hier hoch wieder hinter euch ist ein Panzer holt doch den boah endlich sieht man mal hier eine andere Landschaft ich hatte schon oh nein ach Toberto er liegt dann auf der Brücke bleib am Leben ja das bin ich auch cool danke Tobi hast du hast du den Stein bei mir im backyard dark ok ich bin wieder tot ja im bränd ah ich komme nein kristen von der Brücke kristen abneisspendiert beim äh stein bin wieder tot ich war fast bei A ich war fast bei A ja ich wollte grad runterspringen und bin auf dem Brückengeländer leider gestorben Ich hab gerne einen guten Viper-Schützen Ja ich komm jetzt, ich komm jetzt rein Let's go Dann mach mal den Panzer da vorn statt Will ich hier mitfahren? Zuerst die Tum Guzka links Ach nichts! Seriös! Tum Guzka Boah wie viel hält der denn aus? Jetzt hab ich den Panzer anvisiert Yes Ja ne ist schon klar alter 93R oder was Dann ist vor allem schnell, dann bist du weg Woll der den runterkaufen? Dann bist du weg Ja weil ich wollte den Panzer mit C4 holen Ich hab A gelegt Warte Sascha Sascha ich komm Weiter weiter direkt zum nächsten Ihr wird scharf geschossen Bleib bei A und halt das im Blick Wo ist der? Nein! Ach da! Panzer kommt, Panzer kommt Bin tot Zu A zu A zu A Schnell Nein! Nein! Verdammt Jawoll! Hier komm mal hier 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 Nein zu spät! Sorry Woher wusste der das ich da stehe? Der kann durch die Wand gucken ganz ehrlich Na klar Ich? Sascha? Ja ja ich kann das auch Du nicht? Sascha? Das ist ne hohe Voraussetzung um hier mitspielen zu können Tobi hat den Röntgenblick Gynäkologe weißt du? Ja Vorsicht C4 Vorsicht Ich hol euch mal eine wieder hier Ah super Ach das ist ne hohe Aber danke für den Versuch Alter der Ohhhh Er steht mit der Snipe auf dem Berg und killt mich So Leute benutzt ihr auch genug Granaten jetzt Ja Ja Nur quasi Wir werfen nur noch Granaten Mit A geplantet Mit Granaten Weitwurf los Dennis ich komm Oh Dennis ich komm Oh Dennis ich komm Oh Nein 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 L zu B zu B zu B Wobei der Panzer jetzt nicht kaputt ist Vorsicht Tobi Kein Wunder das wir verlieren B B B Inspired Wiper Ja B weg Jawoll Ne ne der kommt da hier der Inspired in Chef gerade A Mann ich will auch mal Inspired töten Achtung Tschun weiter Nein er bist Nein er ist Bezuhren wir uns die langsam ne Wir müssen uns halten Leute Wir müssen uns halten Leute Ok wir spielen in nächstes Run da auch wieder Rush Ja Ja nur noch Rush So ich hab jetzt die DAO Das ist eher ein GAU Egal Denn es ist der Panzer Ja Oh es sind sogar 2 Egal Cool ich hab und ein lebendes Schutzschild vor mir Okay, das find ich gut, bleib mal so. Ah fuck! Wir brauchen nur noch A Leute. 135 Tickets kommen, da packen wir gar nicht viel herter. Ich hab' die selbst so frei. Ja, jetzt sind's 135 Tickets. Ich wurde wieder belöbter, aber ich glaub' das bringt nix, ne? Wo, wo, wo? Ich seh' überhaupt... Hallo? Oh, da unten. Aua, 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 ich mag's, ich seh' gar nichts. Wo ist der? Ich weiß es, ich weiß gar nichts. Ja. Wer auch immer da oben auf dem Berg ist, der Typ hat mich grad gekillt. Was schreiben die Leute denn in den Chat? Was, ähm, wir, äh, eine gute Community sind. Ja. Das stimmt. Oder haben. Das stimmt. Wir haben die beste Community. Die beste. Oh, die machen uns hier voll fertig. Juhu! Die können uns doch nicht mögen, das glaub ich nicht. Doch. So. Oh, da steht ein Panzer. Chris, bleib stehen. Ich komme. Ich helf dir. Ja, du verlier' mich, falls du's kannst. Nee, ich kann nicht reparieren. Ich bin... Hier, Pioneer. Los geht's! Und reparieren! Mann! Immer in auf den Wagen kommen. Ich hab's kaputt repariert. Never touch a running system. Herr Röhrig! Ich glaub, ich hab mich vermissen. Boah! Leute, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch wünscht, dass wir mal öfter solche Sachen machen und ob ihr euch bewerben würdet. Ja, das würd mich mal freuen. Ob ihr die Aktion cool findet und, äh, bitte nur faire Player. Und unter 700 Stunden, bitte. Und ganz kurz noch, ihr braucht uns jetzt nicht mehr Nachrichten schicken, dass ihr gerne mitspielen wollt. Also zumindest nicht auf, auf der Facebook-Seite, weil die wird nämlich grad überschwemmt. Ja, jeder will hier dann dabei sein, natürlich. Wahrscheinlich der Panzer, der Panzer, der Panzer. Bin ich der Sascha, aber ich mach ihn kaputt. Das ist gut. Nicht zu nah runter, bitte, Alter. Raus, 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 raus! Nein! So, ich kämpf mich jetzt hier grade wacker zu A vor. Ah, ja. Bin auch fast fast da. Genau, genau. Auf mich wird schon geschossen. Ich rette mich ins Haus. RETTE DICH, JUGA! Ah, ich will jetzt erstmal campen. Nein, dich hat's erwischt, oder? Ne, du lebst noch, ne? Eben noch, aber ich muss erstmal hier... Na, links, links, links am Strand ist noch einer. Das ist da, gute... Richtig oder Panzer? Weiter, 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 weiter. Hier lang, hier lang. Hier sind noch welche, passt auf. Bleib hier, bleib hier. Ja, genau, check du den, äh... Oben, oben, da kommt einer runtergeflogen mit dem Fallschirm. Was? Wie schnell war der denn gerade? Oh, da ist ein Panzer. Rechts ist ein Panzer. Rechts ist ein Panzer. Jetzt muss ich wieder hier anfangen. Besen? Ey, ne mal, Alter. Oh, na. Das Niveau, das geht langsam, ne? Das sind die Nerven. Das sind die Nerven. Die Vorfreude geht langsam in Aggression. Was? Äh... Aggression, wer ist denn hier aggressiv? Äh... Panzerlicht C4, zur Info. Vor dem Panzerlicht C4. Nein! So, erstmal Pflaster hier drauf. Will einer ein Hanno Kitty Pflaster? Sascha? Ja, hier. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will ein Bienchen. Hab ich nicht. Du bist ein Tötein. Du bist ein Tötein. Boah, da unten steht einer hinterm Felsen. Aber, äh... Irgendwer hat ihn. Taufe mal. Boah, ich war ja... Boah, ich war ja... Oh, Scheiße, Junge. Nein, kriege ich ja... Guck mal, was stirbt ihr denn hier alle? Jetzt wartet doch mal! Ach... Mann, ey... Eee... Wer ist stolper hier? Sag Bescheid, wenn du bei mir joinst. Und drück die F2. Ja, ich flieg die ja nicht. Wer flieg die denn? Ich flieg die gerade. Sag Bescheid, bevor du joinst. Los, 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 los. Ja, das geht nicht. Irgendwie schicken brauch ich hier. Komm. Oh Gott. So, das Teil kann ja in Wasser fahren. Das... Ich hoffe, das ist ne gute Idee. Ich stehe an der Brücke und snipen da. Ja, mach Schauen. Hier vor uns. Ehm... 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 Sag mal, wenn wir jetzt alleine von dem Tüten getötet wären, ne? Dann... Sag mal, der... Der ist nicht zu töten. Geh raus, 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 raus. Geh weiter, weiter, weiter. Ich geh raus. Rechts ist einer. Sascha, geh Schütze. Nein. Wo ist der denn? Oh, die... Die stehen immer an... An der gleichen Stelle. Sollten wir auch mal da hingehen irgendwie. Ich hab Aaaaaaah. Weg, 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 weg. Gut. Sehr gut. Gib mir die Unterstützung. Gib mir die Unterstützung. Ja, ja, ich bin dabei. Dennis, zwei Leute. Ballert da drauf. Ballert auf A. Ballert alles auf A, was ihr habt. Ich bin tot. Scheiße. Egal, 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 egal. Mann, 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 Mann. Beine in die Hand nehmen. Los. Komm, A, geh hoch, geh hoch, A. Dennis, bleib am Leben. Dennis, bleib stehen. Geh hoch, geh hoch. Dennis, 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 Dennis. Nein. Sie haben's wieder... Sie haben's repariert. Scheiße. Dann machen wir das jetzt in richtigen Angriff. Das war ja grad nur... nur den Testlauf. Jetzt geht's hier richtig los. Genau, genau, genau. Oh, der Panzer, ey. Der Panzer muss weg. Der Panzer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ach. Ja. Oh, Grieche, du hättest uns den Arsch hemmen können. Hast du leider nicht geschafft. Ey, das gibt es nicht. Die gucken einmal um die Ecke und ich bin sofort tot. Das kann mir kein Mensch erzählen. Der Aim, der ist übel. Das kann mir keine Sau erzählen, dass das so easy geht. Ernsthaft. Tobi? Ja. Das geht so. Ne, das geht ihm nicht so. Kein Problem in der Welt geht so ab. Du Sau. Wenn das bei CS so ist oder versteht... Falls ihr euch wundert, was ihr grad macht, ich warte auf den Heli. Ja, hätt ich auch am besten machen sollen. Ach, gibt's hier so ne alte Stelle oder was? Ja, ja. Der kommt immer um Viertel nach. Der fährt zu deiner Mutter. Nur in Schapseln. Aber nur wenn du nen gültigen Fahrschein dabei hast. Sonst musst du 40 Euro blechen. Dann musst du dich auf die Rotorblätter legen. Ist der etwa von der KVB? Ja, ja. Mit zu garantieren. KVG hier. Taa. BVG sag ich nur. Ja, oder so. Ey, Juga, ich schieße mal durch dich durch, ne? Ja, mach das mal, ne? Jetzt scheine ich da nicht dran. Wiperman! Egal! Soll ich dich hier nicht ausruhen? Soll ich dich hier nicht ausruhen? Wo bin ich gleich aus? Alter, jetzt mach doch keine Wiederbelebung, wenn hier Kugelhagel ist. Ja, ich wollte dich doch retten. Wunderbar, jetzt bin ich zweimal gestorben. Nein! Achso, ich hab's doch geschafft. Ich dachte, es ist vorbei, Tobi. Ich dachte, es ist vorbei. Oh nein, wir sind jetzt nicht alle hier drauf, oder? Es ist vorbei. Nein! Geh mal an Land, damit ich wenigstens... Nein, also geh nicht an Land. Da oben stehen die doch schon im Waden. Ich will hier, ich will hier rausschießen. Was? Nein, nein, nein. Ich spüre nur, wie die Kugel hier einschlagen. Jetzt aussteigen. Äh... Ist das normal, dass die Motor-Kontroll-Lampe leuchtet? Ne, ist ganz normal. Tobi, hast du's? Ah, okay. Nein, ich wurde schon wieder weggef- Ich spawnt bei mir. Nein! Ist ja meine scheiß Munition alle! Wer hat A geplant ist. Spawnt einfach bei mir. Hab ich, hab ich, hab ich. Alle Granaten auf A. Habe ich doch geschafft zu planten? Verteiligt A. Verteiligt A. Verteiligt mich auch noch. Verteiligt! Oh. Schön. Schön, 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 schön. Der Panther kommt. Vorsicht. Ich leg ihn ab. Ich bleib hier in diesem Häuschen. Ja. Haha, Dobi. Äh, da links ist ein Scharfschützer übrigens. Juuu. Ich hab den Kampf um Milch gemacht. Hab mich aber auch selber aufgejagt. Fährt die Pots auch immer noch? Erzähl mir doch keinen. Alter. So, hier. Und Schuss! Und getroffen. Was? Der fährt immer noch. Liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben. Und Schuss! Endlich. Fahrzeug zerstört. Ah. Al. Taxi ist da. Boah, das war Dobi uns jetzt. Das war richtig gut. What's up, man? Wir haben uns geparkt, Leute. Wir haben es geparkt. Wer jetzt eingestiegen ist, soll sich vorbereiten. Fink tot. Oh, Entschuldigung. Also wir können uns ja nicht oft loben heute, aber das haben wir echt gut gemacht. Muss man echt sagen. Ah, ganz super hier. Das habt ihr super gemacht. Dafür sind die Momente dann noch besser. Also wir spielen nächstes Mal auch nur noch Rush, ne? Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Das hat doch alles keinen Wert. Scheußlich, ey. Ähm. Was soll das denn? Ich glaub du hast... Ist das scheußlich? Scheiße. Ich glaub ich hab echt Hasen, Alter. Ich sag's auch nicht. Ähm. Ich glaub ich hab echt Hasen, Alter. Ähm. Also Rush. Oh nein. Rush. Oh nein. Chris kannst du fliegen? Ich nicht. Ne. Ich bin ein Mann. Nee, ich meinte den Griechen. Zu fliegen, ne? Ich bin bei B. 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 Oh Mann. So. Das sind jetzt hier mal. Oh nein. Wo läufst du hin? Ich stehe in deinem Panzer. Ich sitze in deinem Panzer. Ein Berg runter. Ich bin aber tot, weil der Panzermann kommt. Nicht sagen, welcher Map ist und welcher Modus. Tunguska links. Nicht in unserem Panzer, weil der hat da C4 geplantet. Ups. Naaah. Fast hätten wir ihn. Wow, wow, wow. Du kannst aber wenigstens fliegen. Oh, Chris hat gerade Internetprobleme, glaube ich. Der hat eine Ping von 709. Schieß. Nein. Wir müssen jetzt gerade auf einen Daten. Ja, aber gut geflogen. Aber er wird wahrscheinlich gleich wiederkommen. Vorsicht, ein Panzer. Pass auf Sascha. Panzer, Panzer, Panzer. Jolo. Übrigens, für alle hier, die den... Ich bin doch wieder... Ich bin doch wieder da. Ich bin wieder da. Okay, alle die den Livestream nicht gesehen haben, die können euch das Ganze natürlich dann beim Tobi oder beim Patrick auf dem Kanal angucken. Oder auf Ländisch einfach. Das sei noch dazu erwähnt. Also die Wiederholung praktisch. Dieses Schlacht... Falls ihr dieses... Ja. Das nochmal angucken wollt. Freiwillig. Ich glaube ja nicht. Ne, lieber nicht. Ich will seinen Kind einfach nur verstören und das Kind... Ah, scheiße. Vielleicht will ich das meinen Kindern mal zeigen. Welche Kinder? Ja? Wenn du willst, dass deine Kinder enttäuscht von dir sind... Guck mal, so solltest du nie spielen, mein Kind. Ja, dein Kind sitzt wahrscheinlich dann... Wenn du dann irgendwann eins hast... In so 10, 15 Jahren sitzt das wahrscheinlich da. Was ist das für die scheiß Grafik, Alter? Wie alt hältst du mich? Das sitzt dann da und denkt sich so... Ey, Papa, bist du schlecht, ey. Vielleicht hast du auch schon fünf Kinder. Ich weiß es auch nicht. Links, links, links. Bleib doch mal stehen. Och, Mann. Dennis, wo bist du? Bist du hier ja, ne? Ich war nie mehr mit dir. Pff. Pass auf, da kommt der Panzerband wieder. Aua. Och, da sitzt einer bei A drin und kämpft. Ich glaub's doch nicht. Pass auf, Tobi. Panzer, Panzer, pass auf. Geh hoch, B, geh hoch. Jaaaa! B ist weg, B ist weg, B ist weg, B ist weg. 500 Punkte, Bitches. Uhhh, da war A wieder schwieriger. Kann ich jetzt schon mal sagen? Oh, ich spawn und stehe direkt vor dem Onkel Gun. Hallo Onkel. Wie geht's der Teiler? Na, ich auch. Nein! Alter Schmiene! Äy, diese Runde war fast nicht gut, ich muss man einfach sagen. Na, ist super! War jetzt vorbei? Nein, Tobi, du Spasti! Wie sieht's denn dein Chat aus? Nicht länger. Was seine Leute sagen? Was erzählen die? Guckt überhaupt nicht jemand zu? Ja, das ist gut. Schönlichin. Ich höre unsren. Ich glaub, wieviel sind es? Wieviel gucken wir uns zu? Wir wollen uns alle allein sehen. Äh, 133. Schluss die ganzen unregistrierten Leutschens. Go Yuga, wird gesagt. Ja, man muss echt mal ein bisschen Go machen. Oh, der Sascha! Was ist da denn los? Oh Gott! Wir machen jetzt den Kamikaze-Joe, ja? Pass auf, wenn wir es so schaffen... Naja, schade. Spring raus, spring raus, spring raus! Oder bist tot! Nein, das sind Panzer! Was macht denn Panzer da? Oh! Der fährt ja auch die ganze Zeit davon... Die haben auch 3 Panzer, kann das sein? Die haben 5 oder so. Bei A steht direkt einer davor. Was ist denn das hier für ein Schild? Was? Wir fallen die Teddybärchen hier. Komm, steck ein! Warte, Chris, ich mach da C4 dran. Warte, bleib stehen, bleib stehen. C4 wurde angebracht. Let's go, komm komm rein, Junge. Bretter voll nach A rein, komm! Wer ist denn gerade... äh... Ich glaub der Yuga ist gerade wieder... Yuga ist... ist raus gerade. Nein! Nein! Boah, der wird gleich wieder kommen, denk ich. Hoffentlich. Wir haben gerade unseren besten Mann verloren. Fahr zu einem beschießenden Panzer, Chris, komm! Scheiß draus! Keine Ahnung, wo der Panzer ist. Geradeaus. Fahr und sag, wenn ich hochjagen soll. Fahr, 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 fahr! Surprise! Der hat mich überfahren! Ey, ich hab dir nicht einmal ein bisschen Schaden gemacht! Alter Schwede! Der Inspire, der hat einen Panzer, ne? Den kriegst du auch nur hier im Battlefield, sag ich dir ganz ehrlich. Alter Schwede! Wo seid ihr Jungs? Ist das jetzt der letzte Punkt, wenn wir den hochgejagt haben, haben wir dann gewonnen? Also ich lieg hier in der Hängematte am Strand. Wenn wir dann die nächste Runde gewinnen, ist es 2-2. Wenn wir die nächste Runde dann gewinnen. Wir gewinnen. Gibt kein Wenn. Oh, Viper. Ja, wenn du direkt als Infanträder durchläufst, bestimmt nicht. Also spawn mal bei mir. Ich glaub... Machst du gerade Werbung? Müssen wir auch mal machen. Nicht schießen. Lass das Teil hier liegen, dann können die spawnen. Okay. Sehr gut, Ubi. Läuft hier hin, hier hinten ist er. Nein. Wir haben noch genug Punkte. Ich muss schon sagen, ich hab einen kurzen Herzenurlaubs gekriegt hier. So, Yuga ist auch wieder da, oder? Ja. Ich bin wieder am Start. Dich erwische es ja in der Zeit im Dorf. Ja, irgendwie keine Ahnung. Aber ich bin wieder hier und jetzt wird hier reingehauen. Bei einem Spawnpoint ist direkt einer Leute. Was macht denn der da oben? Ja, ja. Da ist immer noch einer. Na, super. Ich bin natürlich wieder tot. Oh, Sascha, das ist gut. Oh nein. Nein, das ist gar nicht gut. Nein. Nein. Was macht denn ihr da? Aua. Äh, Schuss. Wow. Hahaha. Das ist echt ein Lacher. Wie geil. Der Panzer hat mich grad hundert Meter über die Märkte geschickt. Dennis, rein da. Rein da. Ja, da sitzt wahrscheinlich wieder so. Ich glaube, denn... Egal. Egal. Alle rein, alle rein, alle rein. Spreng die Dinge in die Luft. Vorsicht, da steht ein Panzer weg. Nein. Ja, kampfunfähig gemacht, den Panzer am Spawn. Das erlebst du gar nicht im Spawn. Die trauen sich aber, da steht jetzt noch einer sofort am Spawn, also... Naja. Da oben, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, das ist... Ja, ich hab ne feindlichen Flugabwehr gesichtet. Ach, Mist. Ohohohoho. Alter, wo fliegt der denn hin? So, alle hinten, die grad tot sind, liegen bleiben. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Liegen bleiben. So. Wir dürfen keine Tickets verlieren. Wir können doch das schöne Wort flankieren, oder? Jo. Frank, 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 Frank was? Frankieren! Der Wedding Planner. Wir kommen nicht mehr nach A, wir kommen nicht mehr nach A, Alter. Das gibt es doch nicht. Oh man. Einer muss mit dem Panzer fahren, einer mit dem Heli und der Rest muss dahin marschieren. Anders geht das nicht. Ich flieg jetzt mal mit der Viper. Moment, warte auf mich. Ich komm sofort. Ach. Der größte Fehler bisher ist ja, dass ihr direkt angreift. Keiner versucht, von links oder rechts. Oh. Der Panzer. Außerdem, am besten verteilen. Das bleibt gefütten insbesondere. Oh. Ah, mein Gott. Oh. 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 Ich weiß nicht, bei der von Guzka. Oh. 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 Sehr gut. Ich lauf nach A. Hier, da, links. Oh. Das gibt es doch gar nicht. Kann jemand reparieren? Ja, war klar, dass er mich sofort sieht. Das war so klar. Er schießt noch in die Luft und plötzlich guckt er auf den Boden, weil er riecht, dass ich da komme oder was. Ja, ich schockt ja. Und wenn es sieht bloß aus. Ja, ich wollte noch den Panzersuch hier mitnehmen, wie es geht. Okay, ich bin jetzt bei A. Und tot. Ja, ich lieg tot vor dem Eingang. Ach gut, ja. Ich muss da nicht rein, glaube ich, da. Ah, scheiße. Ja, die hocken da zu dritt oder so drin. Ja, ja. Ich muss da mal eine Granate reinjagen. Erstmal eine Granate rein. Ja. Ah, ich. Komm. Oh, nee. Schon wieder dieser Buggy. Ja, wenn wir das noch verlieren. Dann steig halt einfach nicht. Nicht. Nicht ein. Ich kann es mir nicht vergleichen. Nein. Diesmal war es nicht meine Fahrgünste. Da steht ein Panzer, da steht ein Panzer. Ich habe zwei Stück. 23,45. Unglaublich. Ey, da kriegst du nicht, dass wir so viele Panzer auch haben. Die gab es, glaube ich, nicht. Oh nein. Oh, jetzt bin ich rausgeflogen. Ja, super. Ich komme sofort wieder rein. Ja, baldig. Ihr könnt bei mir spawnen. Ich, 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 ich. Warte, Tobi, warte, warte. Granaten rein, Granaten rein. Da ist ein Panzer, nicht vergessen. Äh, leckst du? Ein bisschen. Ne. Ne, 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 ne. Oh nein! Alter! Komm, legen. Ist gelegt, ne? Ja. Ich bin tot, ich bin tot. Gut, dass wir den Panzer abgelenkt haben. Das war echt taktisch. Warte, warte, warte. Wo willst du hin? Der rechten Seite ist der Porn. Ich will so einfach neben als Pornpunkt dienen. Oh, vier Sekunden. Nein. Scheiße, das gibt's doch nicht. Viper. Weiter so, weiter so. Der Viper. Sascha, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Lass mich als Piloten werden, Dennis. Ne, ne. Nein. Ich lebe aber noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Er sieht mich direkt, obwohl ich in der Ecke liege. Willst du mich verarschen? Chris, kannst du einen Panzer kaputt machen? Kann ich versuchen. Tunguska oder Panzer? Das, was stärker ist. Am besten im Panzer, wo der Dienst drin ist. Ich versuche ihn mal anzuvisieren. Chris, kannst du reparieren? Ja. Ja. Jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir wenigstens einen Spawn von Tobi. Zwei Panzer stehen da, ne? Oh nein. Ey, das ist doch auch hässlich einfach, Lura, ey. Wir sollten alle Pioniere nehmen, damit wir die Panzer ausschalten können. Das versuche ich grad schon, aber bin tot. Ach, du schon. Wer fehlt uns denn da? Ich. Hab ich doch gesagt. Wo bist du? Ausgeflogen. Ich komm grad wieder rein. Ach nein. Nein, 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 nein. Ja. So, da bin ich wieder. Wie die einfach nur Base Rake. Spawn kennt. Ja, die stehen da wie bekloppt, ey. Da musste, weil sie nicht was wieder machen sollen. Die müssen eigentlich wieder mit dem Heli ran. Anders seht er nicht. Hat man als, als, äh, als Admin von dem Server nicht die Möglichkeit alle einfach mal zu töten, die in denen im Sport stehen? Ja. Kann ich machen. Weil das ist halt echt einfach nervig, wenn die da oben auf dem Berg sitzen und einfach nur warten. Das kotzt richtig an. Das stimmt. Ich meine, dass die schon drei Panzer haben, ist schon echt heftig, aber... ...Bornrape ist ja noch krasser. Mann, das ist so... ...recht, was wir gerade machen. Direkt hier drüber lauf. Einfach. Komm, 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 komm. Lauf! Geh hoch! Ach, Mann! Lebe ich nicht, Alter. Ich will nicht spawnen, ich will euch nicht schützen. Wieso denn Selbstmord? Nein! Werden mit der Granate getötet. So? Es lebt aber, also es ist noch... Es lebt noch. Es lebt noch, super, hey! Nein, die steigen alle aus. Ja, es lebt! Ja, es ist los. Ach, Mann, ich hab keine Lust am spawnen, immer so vor angeschossen zu werden. Bis zurück. Ja, super. Dauert so lange, bis ich einen Panzer kaputt gemacht hab mit meiner Pistole. Boah, ich häng an der Palme fest, das gibt's ja. Wenn wir diese Runde jetzt noch verlieren, das ist so traurig dann. 50 Tickets noch. Da haben wir eigentlich keine Fahrzeuge und die haben aber drei Fahrzeuge. Ja, aber wenn die... Scheiß auf den, der bringt uns bei A überhaupt nichts. Ach! Wenn jemand diese, ähm, selbstgelenkten Raketen hätte, dann schon. Alter, steht da oben ein Panzer, ey, ich fress den Besen. Ich bin sofort tot. Ja, natürlich. Scheiß auf den Rücken. Wir gehen direkt nach A. Pass auf, hinter euch ist ein Panzer. Oh, Grieche. Na, hinter dir, Dennis, hinter dir. Ja. Ich weiß nicht, Alter, er hat mich anscheinend nicht gesehen. Jetzt hat er schon geschossen. Das steht hinter dir von Bader. Nein, Selbstmord, was? Och nein. Panzer, Dennis! Ich sehe es, ich sehe es. Och nein. Hier sind zwei Panzer. Ganzes Zeit schon. So, ich bin kurz vor A. Ey, der weiß genau, wo wir sind, das gibt's doch gar nicht. Hier, die Polizei für dich. Okay, wir haben gezündet. Komm, geh hoch. Geh hoch. Geh hoch, Bombe, geh hoch. Pass auf, der Panzer hat heute. Panzer blinken. Wir haben drei Panzer. Dennis, spawnen bei mir. Nein, nein, nein. Dennis? Wir springen dann gleich über A ab. Ach, Mist. Ey, wie lange, wie lange hält das Ding denn aus, man ist ehrlich? Ach, komm, komm, komm. Spring du jetzt ab. Gut, Tobi, gut. Gut, 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 gut. Nein, nein, Alter. Das ist doch gar nicht. Ach nein. Nein. Komm, 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 komm. Dennis, bitte, bitte. Sauber. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich wollte dich da wieder überleben, aber ich bin schon wieder tot. Auf, da, ey. Was, von hinten? Nein, 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 nein. Nein. Schon wieder, ey. Wo sieht man denn, wie viele Sekunden das Ding noch hat? Nirgendwo. Das wirst du ja. Ey, jetzt wird schon wieder gespawnt und rapet, Alter. Das ist so billig, ey. 20 Tickets, Leute. Wir müssen irgendwas machen. Vor allem, dass jetzt Bayern auch noch spawnt und rapet. Das geh ich überhaupt nicht. Das war auch nicht nötig. Rieche, fahr, gib Gas, komm. Scheiße. Wie kann er uns mit einer Pistole alle umbringen? Ah, ich hing fest. Oh Mann, ich hing fest. Ich wäre reingekommen. Ich hing in ne... Ah, verdammt. Ich versuche hier grad so ein bisschen die ganzen Panzer auszuschalten, aber das ist irgendwie auch ein Kampf gegen Windmühlen. Wenn du eine Panzerfaust dabei hast. Ja, wir halten da irgendwie tausend Schüsse aus. Mal kurz an den Chat. Was habt ihr denn für Tipps, dass die die Panzer mal wegkriegen da? Ja, das sind 10 Tickets, die haben wir verloren. Alter, das ist... Achso, okay. Oh! Versuch's jetzt alle mal nicht zu sterben, Team. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ach nein. Komm, lass mich doch mal raus da. Letzte Möglichkeit jetzt. Er ist C4 oder Jave, wird gesagt. So, ich komme mir grad mit C4 an. Hm, super. Du, die letzte Möglichkeit jetzt, ne? Der kommt nicht mal hin. Nee. Ach, kannst du knicken. Ja, das war's. Das war's. Drei. Zwei. Du musst deine schwirmen. Ach, ich lebe ja noch. Mach du Spaß. Ja, das... Tja. Wir sind dreimal hintereinander verloren. Ne, das können wir nicht mehr aufholen. Demnach. Ich find's sehr traurig, dass einfach manche Leute nicht fair spielen können, weil du kannst mir nicht erzählen, dass 71,6 und was da immer war, fair war. Ja, also... Ja, also sag mal so. Ich dachte mal, gecheatet hat er nicht. Aber er hat halt gespawn geraped. Und das ist bei Rush natürlich schon ziemlich arm, weil... Da kannst du ja... Du hast ja... Du kannst ja nur bestimmte Tickets und... Also... Ne, komm. Also Inspired, der macht auf jeden Fall bei keinem Event mehr mit. Das weiß ich jetzt schon. So, jetzt kommt noch die Ehrenrunde. Bis 17 Uhr geht's ja. Noch 13 Minuten. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas... Was kommt denn jetzt? Äh, nochmal dasselbe. Jetzt müssen wir verteidigen. Okay. Jawoll. Eigentlich. So theoretisch schon. Was schreiben die Leute denn im Chat? Juuu... Ähm... Dass es bei Rush keinen Spawn gebe. Natürlich gibt's keinen Spawn. Klar. Es gibt's über der Ecke, wo wir spawnen. Über die da stehen? Ach nee, Team Deathmatch. Okay, das sieht ja schon viel besser aus jetzt. Es sei denn, wir verlieren wieder. Wobei, hier werden wir wahrscheinlich wieder verlieren, weil... Ja. Ja, es ist einfach sehr traurig. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wer... Wir hatten diesen Inspired doch schon mal gehabt, als wir aufgenommen haben. Das stimmt, ja. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass der jetzt schon wieder dabei ist? Ich ne... Jetzt liegt's gegen ihn als Sohn, ne also. Also ich hab aus Zufall... Äh, aus dieser Liste gewählt. Toll Sascha. Ja. Ich hab ihn vom vier, du... Jetzt gibts auf die Fresse. So jetzt haut mal rein, Leute. Komm, jetzt holt noch alles raus, was ihr könnt. Nicht absprechen, einfach ballern, was ihr Zeug hält. Baller so wie deine Mutter immer ballerst. Bitte? Bitte? Meine geht durch. Hast du verstanden? Alles klar, ich bin dann wieder tot. Lebe! Ah, wenigstens jetzt hier der Klassiker, Nothair. Oh, die Animation hier, aah! Oh, ich bin im falschen Team, seh ich gerade. Gut, du verrät. Oh, ich bin im falschen Team, seh ich gerade. Okay. Ne, bitte mal mich im... Ne, weil ich hab doch gerade Battlefield neu ge... Bitte mich im Team verschieben. Wie kannst du's? Drück mal auf M. Ne, ich mach's jetzt einfach mal selbst. So, sonst geht's. Ne, eigentlich wollte ich nur eure Kills stacken. Deswegen lauf ich hier rum und M schießt nicht. Achso. Mit weißer Flagge. Wir führen Jungs, hat er gesagt. Das kann nicht sein. Führen. Doch, 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 klar. Wir geben jetzt mal alles und dann funktioniert das schon. Genau, das ist jetzt nämlich die wahre Runde. Wer hier gewinnt, der hat auch das ganze Turnier gewonnen. Ja, richtig. Das ist immer... Das ist eine Master-Runde. Ach, scheiße. Hier ist einer. Nein, von hinten. Na, kommt noch einer. Hättet ihr dann eigentlich irgendwelche Wünsche fürs nächste Mal? Keine. Ich habe einen Spyder. Auch jetzt an den Chat natürlich. Einen Stream mit Verzögerung. Der Spyder springt, der schießt, der tut nachlehnen, alles in einem Moment. Mein Respekt, Junge. Ja, also... Also der Stream wird wahrscheinlich beim nächsten Mal so zwei Minuten Verzögerung haben, oder? Ja, oder eine Minute. Oder... Oder eben nur eine Minute. Also... Also eine... Eine Minute geht, glaube ich, noch klar, um irgendwer zu fragen, was ich jetzt hier zu antragen. Ey, 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 der rückt mich auf! Oh, ich habe ihn gekillt. Ein Spyder. Oh, 11-3 hat er schon wieder. Na, das schaffen wir auch. Machen wir auch. Ja, und hat mich wieder getötet. Ey, ich habe ein Spyder getötet! Uhu! Uhu! Kann ich jetzt aufhören, oder? Ahaha, ich wollte den Gegner wieder beleben. Oh, nee. Wir müssen eigentlich mit der Pechenhänge reingehen. Das gibt es doch gar nicht. Ich kann mich immer wieder beleben. Danke. Immer doch. Oh Gott, kommt los der Granate! Ach, ist klar, Mann. Ich schieße zwei Stück an und treffe mich ein! Na, faaa! 32, 38, weiter Leute, weiter, weiter, weiter! Wir geben unser Bestes! Er lebt nach und schießt mich ab! Wie? Wie? 100 mal 100 Prozent! Nein! Ach, Mist, Schaden! 20, 5! Ich... 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 Ey... Ihr sollt mal den... Den Schalldämpfer runternehmen, wird gesagt. Weil jeder... Soll es... Ich... Ich... Ach... Ach... Was? Nein für dich! Ah, in's Bayert hab ich dich erwischt, du Dargassack! Nein! bleiben. Nein! Das kann doch nicht sein, Alter. Der Inspired holt da sein Messer raus und plötzlich erschießt er mich damit zu. Hast du das noch nie gemacht? Der berühmte Messerwurf. Ja. Ach komm, Infra, ist klar. Alter! Ach komm, der ist aber wirklich ein bisschen... Der hält zwei Magazine aus. Mich hat einer gemessert, der Onkel Gun. Ja und... Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ins Bayern her oder was. Ja, wir brauchen auch so einen für uns. Ja, wir brauchen auch so einen für uns. Kann man die kaufen? Das ist bei Evil. Besonderangebot. Ach so. Der, der Meat Cheater. Weißt du was, jetzt ist ganz vorbei. Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Boah! Boah! Der drückt mich schon wieder auf der Blase. Sag ich's ganz ehrlich. Äh, was ich aber noch sagen möchte, ist am Ende Mai findet noch ein Event statt. Allerdings nicht. Oh nein, was macht der denn hier? Warum liegt der denn nach? Der Flitzepiepe! Äh, Ende Mai findet noch ein Event statt. Das ist allerdings bei EA selber gegen ein paar andere Spieler. Ach nein! Und dabei ist auch der Tobi, der Hyuga wieder und so weiter. Äh, und der gute Sarazal ist auch dabei, wie es aussieht. Also es wird bestimmt Hammer, da müsst ihr einschalten. Nähere Infos gibt's dann auch später. Ich krieg wieder hier einen ordentlich auf die Presse. Das ist... Ja, Alter! Ist doch klar, weißt du? Ich schmeiß gleich irgendwas gegen die Wand, Alter! Einfach deinen Pimmel, das reicht dann. Ist ein Loch in der Wand. Äh, nee. Nee. Nimm das hier, Arsch rein. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Ja, genau. Nee, nee, nee. Da von hinten natürlich Grumlee. Weiße, komm. Ist gut. Ja, das... Ey, das gibt's gar nicht. Ach, Mann, ey. Der hat so ne Bongo-Waffe, ne? Ganz ehrlich. Und hat damit so ne Präzision. Das kann mir kein Mensch der Welt erzählen. Was ist denn, äh, dieser? Dann gesurteilt. Der killt mich auch One-Shot, also von daher. Instant! Ja, der kommt um, um die Ecke, schießt auf, auf die Eier und One-Shot. Das macht er ja auch morgens, wenn er aufsteht, sofort PC an, zack, einmal One-Shot gekillt. Was? Ich hab mit der Dao fünfzehnmal auf den geschossen, dringend vor dem und der hat kein Prozent abgezogen? Äh, fünfzehnmal geht gar nicht so viel Magazin aus. Ja, geht so. Übertreibung macht anschaulich. Nee. Der hat fünfzehnmal geschossen. Ach, Gott, ey. Müssen wir wenigstens so Spaß machen. Ei, 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 ei. Ey, die haben schon wieder fünfzehn Prozent mehr Artikel dazu. Ja, die sind einfach geil. Inspired-Sieger, das kannst du doch keinem erzählen, was du machst. Ich weiß auf jeden Fall, wer nicht mehr das nächste Mal die Gegner aussucht. Wer gefeuert ist. Sascha, ey. Sascha, gefeuert. Was machst du denn? Da kämmt der da, Alter. Komm, ich hab ihn Inspired. Wir machen nächstes Mal, machen wir einfach so ein Battlefield-Noob-Turn-Turnier. Gegen die Redaktion. Gegen die Redaktion. Also dürfen wir uns selber bewerben. Genau. Niemand über Level 10 darf antreten. Ähm. Ihr könntet ja... Hast du eine Abteilung? Nein. Äh, schon. Den krieg ich aber... Ne, ähm. Mehrere Leute gegeneinander spielen lassen. Und die Gewinner darf von spielen gegen euch. Ja, müssen wir mal gucken. Stimmt, das war vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ja, natürlich Inspired. Der ist überall auf der ganzen Map, oder was? Ja. Das ist Batman. Wo du hingeguckst, tanzt der gerade rum. Batman. Kann nicht. Da, 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 da. Ja, Inspired mit seinem Anti-Schaden-Spray. Ach so. Das ist so ein Perk wahrscheinlich. Nimm keinen Schaden mehr von Waffen. Töte nur 300 Menschen in einem Stück ohne einmal zu sterben. Hehehe. Oh Gott, ey. Krieg ich ein Autogramm von dir? Gerne, gerne. Mwaaah. Ich fress dir ein Besen noch, ey. Mit Stiel, ey. Ich fress drei. Ohne Stiel. Es wird gerade gesagt, dass man beim Anvisieren vielleicht auf den kleinen Strich, äh, im Visier zählen soll. Ah. Ah. Ja. Och so. Man bringt es, wenn ich schon tot bin. Ja. Ja. Wir sind ja auch irgendwo Gegner. Ja, ist klar. Auf wen treffe ich denn, Ladies and Gentlemen? Hängt Spire! Du Dreckiger. Alter, mein PC hängt. Mit. Onkel Gunn ist... Also meiner steht auf dem Boden, Sascha. Ja. Hehehe. Hehehe. Oh, Dennis. Nein! Dennis, pass auf hinter dir. Ich lauf jetzt hier grad einfach nur noch mit der, mit der Dao rum und... Keine Ahnung. Ich hab schon wieder 100 Punkte vorerschwungen, weißt du. 100. Ey, das, das gibt's nicht! Woher, woher kommt dieser Kerl? Äh, die sehen auch schon immer, von wo wir kommen, also ich... Ach nee, ich... Keine Ahnung. Bei EA wird das ja zum Glück alles, äh, dann abgeguckt. Schauen sich das ja an, während die spielen. Ja, wenn wir dann irgendwie morgen sieben gebannte Accounts sehen, dann müssen wir Bescheid. Ja. Hehehe. Hehehe. Gott sei Dank. Welche Preise gab's noch mal? Ein Maul oder keine? Gar nix. Und eine Maul. Von Rocket. Windix. Für den ersten Platz. Yes. Wertvoll. Und ein Autogramm von Dennis Wert. Genau. Juhu. Das ist sehr wertvoll. Kriegen wir aber auch. Kriegen wir auch. Kriegen wir auch. Wir kriegen auch alle eins. Ach geil. Natürlich. Kann ich gleich in die Mülltonne schmeißen, ey. Boah. Und diese Werbung, was du... Das ist für diese Werbung, was du jedes Wochenende im Briefkasten hast. Alter, ich sag's dir, mein Briefkasten ist über Flute mit dem ganzen Mist. Ist kein Scheiß. Das ist Fanpost. Ich hab... Ja, ja. Ich hab einmal... Ich hab einmal in der Woche, ne. Fanpost vom örtlichen Pizza-Servers, oder was? Ja. Ja. Gratis-Pizza. Alter, der Messer... Alter, der Messer... Der Messer und mich! Ich bin... So, wir haben jetzt zwei Runden gespielt und haben 4 zu 0 verloren. Und... Brav. Wir wollten den ja auch eine Chance lassen, dass ich schlafen habe. Ich würd' sagen, Ziel erfüllt, oder? Ich mein, läuft doch alles gut hier. Wir sterben hier wie die Fliegen. Ich muss sagen, ich hab mir am Ende keine Blöße gegeben. Die Runde war aufgeregt. Wir sind wieder einer weniger. Wir sind wieder raus. Ich bin drin. Ja, der Gegner ist auch einer weniger. Äh, der Sascha ist, glaub ich, raus. Sascha ist raus. Ja, ich komm jetzt wieder rein. Ja, ist eh vorbei. Oder? Komm, Sascha, reiß es rum! Reiß das Ruder rum! Ja! Ich bin so entspired. Nein! Oh, ich lauf beim Laden in den Gegner rein. Ey, das ist unfassbar. Die sind auch nur 6 Stück. Die können nicht überall sein, Mann. Und spawnen... Wotspaw ist doch auch ausgeschaltet hier. Ach, Mist! Das war's gleich. Ach komm. Das war's gleich. Ach komm. Alter! Nehmen wir den 2 gekillt noch. Nehmen wir den 2 gekillt noch. Ja. Oh! Ah, einspired! 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 Und es gibt dann natürlich auch wieder tolle Preise zu gewinnen. Danke an EA, an Rocket und an alle, die dabei waren. Danke, Chris! Liebert! Ja! Ja! Danke an den Griechen! Danke an Tobi! Danke an Patrick! Danke an Tobi, habe ich schon gesagt. Danke an alle! Ja, aber... Ich wollte noch was sagen. Und dafür wurde ich geboren. Und... Man darf das nicht zu ernst nehmen, wenn ich ein bisschen umgeflamed habe. Also ich meine das jetzt nicht irgendwie gegen bestimmte Personen, dass ich die irgendwie hasse oder sowas. Aber ich das halt im Spiel... Das ist halt einfach, ne? Ich bin die Emotionen hochgekocht, einfach. Ja! Wir sind doch alle Freunde. Genau. So, dann sag ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, Freunde!